hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren stream von sagt es factory wieder mit dem wenn ich gerade warum eine dk meine meine a-taste klebt ja wir haben ein bisschen was offscreen gemacht weil wir einfach lust auf spiel hatten und aber keine zeit zum streamen oder weil wir einfach nur was noch vor hatten deswegen machen wir mache ich euch mal eine kurze rundführung und zwar wir haben vom hinten vom strandfeld aus bis hierher den rohquarz gericht haben vier alternativen blueprints gefunden sind gerade dabei an strom zu an strom zu kommen weil wir eigentlich weil wir damit probleme haben wir sind in einer ich glaube wir haben jetzt vier fabriken aufgebaut das ist eine gute frage ja auf jeden fall kohle kann ich noch mal ich glaube 100 ich verbrauche von der liner 90 105 ja also ich könnte gerade mal noch ein generator an diese line anschließen und würde dann 30 60 90 ja 105 das heißt es würde genau noch eine line übrig bleiben also für 75 megawatt bis zur helle bis zur helle habe ich das geschärft was denn wahrscheinlich durch die konstruktoren bauen ich hatte fast 600 kabel in der tasche und habe mich gerade gewundert dass ich keine kabel mehr habe ja die konstruktoren kosten richtig kabel und auch festplatten ich habe mich noch gar nicht gesehen hier wie du das erweitert hast ich war zwar zwischendrin mal hier aber ganz schön gewachsen hier mit dem eisen und dem stahl hier ja der base hier ist da drin auch das sind die motoren ja das werde ich ja auch gleich noch weiterhin zeigen weil das gehört ja auch noch dazu hier sind noch die pilze ja ich würde mal sagen sind erstmal genug kabel ok wohin ok hier habe ich wieder ein alien artefakt schon wieder ja in der höhle genau neben unserer äh base ähm für die äh für die kohle äh achso jo na ich weiß wo hm äh äh da gab es dann auch noch mal ein paar speckpilze äh ich na klasse kann das führen führen für ein geräusch ja das äh äh weil ich weil ich äh langlaufen wollte und dann abgerutscht bin und ich habe dann gehofft ähm einfach dass ich äh nicht auf den boden aufknalle sondern ins wasser mhm achja wir haben auch jetzt fünf äh hans lotz da haben wir uns auch noch drum gekümmert dass wir halt da was bekommen ähm ja wenn ich das jetzt anschließe müsste unser strom guck mal auf unseren strom äh äh müsste jetzt schon eine ganze ecke höher in die höhe schnellen hat unser stromverbrauch bist du auf den strom? äh nein ich bin gerade dabei ähm jen dann guck dann guck ich mal kurz Gruppe ähm haben wir denn 4 wir haben jetzt einen Konsum von 600 52 58 700 also spitze 723 ich bin ja gespannt was jetzt passiert von den Daten die wir aktuell verbrauchen und dem was dingts außerdem läuft da ja am Anfang noch gar nichts aber die ähm maximal kons sind auf jeden fall gleich mhm äh ach ja äh genau da da war nämlich gerade noch auf 1003 und sind jetzt auf 1195 und ob es kommt genau hier ist die äh motorenfabrik dank den alternativen blueprints können wir rotoren aus stahlrohr und draht fertigen was uns viel besser ist wir können ja dies hatten wir ja noch und wir hatten noch die alternative an ähm stahl mit eisenbarren und kohle anstatt mit kohle und eisenerz weil wir bekommen dadurch einfach 60 pro minute anstatt 30 pro minute äh ja mal gucken da bringt es 60 und und das wird einmal kurz 45 also ja 15 Einheiten mehr pro Minute und das das brauchen wir auch weil die die Dinger hier brauchen äh genau die 30 pro Minute an Stahlrohren ähm und die hauen nur 20 raus mit 10er Überproduktion und wir machen durch die äh Stratoren und Rotoren Motoren um ja später dann halt äh mit den Motoren halt was zu machen ne wir sind auch schon an ähm KI Begrenzer sind wir schon auch noch dran äh wo hab ich denn die Fabrik denn aufgebaut ach hier äh unsere KI Begrenzer habe ich hier aufgebaut mhm ahhh 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 die Blätter können einfach mal in die Tonne wir haben noch nicht so viel und mit Lorenzo wollte ich dann auch müssen wir dann auch noch zu nahe zwei zu nahe äh äh anderen Stelle wegen nochmal Kohle Strom ne weil wir können einfach mit den vier Kohle die wir da gerade alle haben die sind auch alle auf mk2 abgegradet Sitz sieht's da ein bisschen arg düster aus da noch was an Strom zu ähm machen das wird zwar gleich hier nochmal in Stocken geraten wir haben auch alles hier erforscht ne nur das halt zu dem kleinen Update achso und das Update ist ja noch nicht vorbei genau wir haben nämlich jetzt auch dank Lorenzo die äh Fabrik hier so aufgebaut und was ist machst du eigentlich in der zweiten Etage okay was wird denn hier oben denn noch produziert was ist hier in dem Teil? in der großen Fabrik in der zweiten Ebene was willst du denn da noch alles produzieren lassen? da werden äh dann die Eiseplatten und Eisenstangen hier die wir ja so ziemlich für alles brauchen aber äh irgendwie habe ich gerade einen Denkfehler ja irgendwas fehlt dir dir fehlt was lol ha 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 wo denn? ok, gehen wir noch nicht hä? was? wieso verwirrt? hä? hab ich denn hier für einen Scheiß gemacht? äh w- bist du- jetzt? mein Gott, ey die Hälfte der Öfen läuft nicht warum läuft der Öfen nicht? der ist nicht eingestellt worden ha 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 ach, jetzt muss ich noch die andere Hälfte der Öfen einstellen ok ok aber warte mal wieso dann so viel auf einmal maximal du weißt doch, dass du maximal maximal äh oh ähm 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 äh äh also sagen wir mal so es ist momentan für 480 äh pro Sekunde Fließbänder ausgelegt und die laufen hier momentan nicht weil nicht alles auf MK3 ist ach, das kann ich dann mal ein bisschen ändern ach, ich hab auch noch ein bisschen Stahl dabei nochmal hier nochmal nochmal noch die MK3er hm 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 aber du weißt schon, dass du gerade mal maximal äh äh ach so, die sollte man ja auch gleich nochmal äh äh ähm da haben ja nur 8 Ofen pro Fließband angeschlossen und die stehen halt ... ... parallel zueinander na wo ist denn jetzt hier da ich bin grad drei Fließbänder, Junge ... jah ... ... ... ... Spiel nicht so wie man selbst Bei mir klappt das Es ist zwar ein bisschen Schwierig Aber Ich habe noch Ja man merkt Die Geschwindigkeit Einfach Wie die dann so rausgeschossen kommen Manchmal ist das Wirklich ein bisschen Schwieriger Aber Man muss ja zum Glück Äh Dass wir nur Einmal upgraden Und nicht nochmal Wie in manchen Spielen Äh Die Gesamte Äh Außeneinrichtung Ich sag nur Ich sag nur eins Faktorio Angel Bobsmott Mit Ultimate Welts Es ist Krank Wenn du da Millionen An Fließbändern gesetzt hast Und die alle Ersetzen musst Und das Zehnmal Oder so Alter Angel Bobsmott Weil Faktorio Ist krank Mit den Clownsmott Da hat man So viele Verschiedene Ärzte Sag mal so Wenn du 32 Ärzte Hast Die du alle In 6 Ärzte Verwandeln Kannst Und die Dann auch Noch Aufteilen Musst Und Sortieren Musst Aua Ja Es ist Sportlich Ja Da muss man bedenken Faktorio Ist auch noch ein 2D Game Das heißt Du musst genau gucken Wo genau was ist Wenn du dich verbaust Hast du halt In den meisten Fällen Pech gehabt Und musst erst mal suchen In dem Spiel merkst du das hier Dafür relativ schnell Wenn irgendwas nicht stimmt Na Ah Da war noch ein MK Eins Ja Wir mögen es Wenn es gleich Äh Äh Am besten Wirklich Alles Äh Blitzschnell Reinläuft Boah Das wird hier dann bei MK4 Lustig Ich glaube MK4 war 540 Einheiten pro Minute Ich glaube Äh Ja Jetzt hängt es nicht mehr an den Lifts Sondern an den Fließbändern oben drüber Die Die Geschwindigkeit Ach hier ist doch nicht mal alles angeschlossen Aber alles schon ersetzt mit MK3 Ist korrekt Hier kann ich dann ja auch gleich MK3 bauen Nicht Der hier eine Sache vergessen hat anzuschließen Ja Das ist ja hier nicht mein Steppenpferd Ich hatte Äh Die Automatisierung Der Steppen Komischen Kram Ja Ich hatte die Automatisierung für die Motoren Als Aufgabe Das ist ja hier nicht mehr so Ich hoffe aber du stellst hier oben nicht nur Eisenplatten und Eisenstangen her Weil das wäre ein bisschen viel Material pro Minute Nee, da kommt dann noch mehr dazu Das ist jetzt nur das Der Puffer den wir halt hatten Den wollte ich halt erstmal in Eisenstangen und Eisenplatten Und da drüber kommen dann noch verstärkte Eisenplatten Und ich habe vielleicht überlegt Auch noch einmal hier drüber dann nochmal Kupfer zu machen Und noch eine zweite Kupferding ins hier hochzuziehen Dass wir dann auch hier nochmal Kupferdraht und Kupferkabel erstellen Aber hast du auch ausgerechnet, dass in jeden der Teile genau reinfließt? Und nicht welche umsonst gebaut sind? Strukturen hier sind nach den Öfen unten berechnet Wenn die Öfen unten alle volllaufen, laufen die Konstruktoren hier auch alle voll Das habe ich alles berechnet Wenn das auch kurz gedauert hat, aber ähm Da ich die Einstellungen kopiert habe, ging das relativ schnell Achtung, das hält ja gleich auch an, weil die fließen ja noch nicht irgendwo in Lager oder so Das hier sind da ja nur die Fließbänder So jetzt müsste aber eigentlich alles hier auf MK3 sein Außer ich habe irgendwo was übersehen, aber Dann auf der Seite da So Ich werde jetzt erstmal was machen, mein Gott, das geht mir schon so Und dann auf Zack, so dort da hin Und Da hin Ein Gott Aber eine Produktion Achso, du willst eine Produktionsstätte dann als Lagerungsstätte nutzen Und die andere dann als zum Verarbeiten oder wie? Ungefähr, ja Dass wir dann erstmal was einlagern und wenn wir merken, wir haben so viel eingelagert, dass wir davon auch noch was in weitere Produktion geben können Dann kann man das ja noch aufteilen und äh mit einem Splitter und dann Ne, das brauchst du nicht, du hast äh Wenn du Ähm Das ist relativ viel Und gut Wie dies Also wenn du nur eine dieser Produkte Oh Ups Das ist die Falsche Seite, die ich angeschlossen habe Äh Ich habe hier hinten Aus Versehen Äh An Der Seite, wo das Lol So Ist ein Konstruktor weggerissen oder was? Ne So Ist ein Lager eingebaut? Ja Weil, guck mal Acht Stück Äh, sind viel zu viel Für Ich weiß, das reicht auf jeden Fall Äh Äh Zutte der industrielle Lager nochmal Ach genau, nur den Stahlkram Ja Das ist ja mittlerweile nicht mehr so das überkrass teure Auch wenn wir da natürlich noch nicht ultimativ viele Mengen von haben Oh doch Ist das Stahlrohre Stahlrohre, Stahlrohre haben wir Sind los Äh Und Auch die Platten sind separat Ja, mittlerweile haben wir da auch jede Menge schon Also nur durch Nur durch deine beiden Produktionssachen, ne Haben wir Ähm Ja, an den Sachen haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug Ja Ja, das ist viel zu viel Die Hälfte Ich glaube, das wird reichen Ähm Erstmal Ich werde dann gucken, dass ich dann Das hier noch fertig mache dann Aber ich wollte jetzt erstmal, wie gesagt, mit dir dann Gucken, dass wir da hinten gleich Strom bekommen Da den Strom arbeitern können und so, genau Ja, ich gucke mal, ob ich alles dabei habe Äh, modulare Rahmen Was habe ich denn da Vorher werde ich noch Vorher werde ich noch irgendeinen Quatsch, den wir da hinten noch haben Mal kurz in den Schredder schmeißen Weil irgendeinen Quatsch haben wir 100 Pro da hinten noch Ja Ich habe noch drei Stacks Holz Stehen auch noch Lager, wo jede Menge Kram drin ist, ne Es sind noch Barren drinne und Kalkstein und Kupfererz und Irgendwie könnten wir schon mal in Schredder jagen Ein paar hunderte Eisen Ja In einem der Lager hier hinten Ja Jede Menge Eisen und Eisenplatten Ja Ich habe Ich habe mal wieder Mein Inventar besteht Fast nur aus Äh Eisenplatten Wo ist der Wo ist der Da ist der Es sind drei Energiefragmente für Übertraktung Ja Äh Und ein paar Eisenplatten Äh Äh Und Peter, bin ich blind oder doof? Ah ne, da Doch Es sind noch drei Energiefragmente für Ja Äh 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 Kupfererz Äh Kalkstein Raus Was habe ich sonst noch für ein Dritt Blätter und Holz und Eisen darin Achso, ich wollte ja was machen Was in die Forschung packen Deswegen hatte ich Die Äh Mitgenommen Stimmt ja Äh Das war bei Jetzt wo du es gerade sagst Ich wollte noch was craften Ach, Catherium war das Äh, ja Ich wollte nämlich Den Netzschalter Nämlich bauen Ach, du heilige Computer gibt es auch Noch bald Oh Ich wollte nämlich einmal Bester bauen Und dann wollte ich einmal Bester bauen Ach, wir brauchen bald Turbodraht und Plastik Machen wir dann alles Zwei Dann haben wir Davon muss dann noch eins her Oh, der programmierbare Splitter Oh Gott Nur zum Freischalten 50 Supercomputer Und dazu dann noch 50 modulare Rahmen Ja genau Ja genau, ich wollte noch Wollte ich ja auch noch Craften Ist mein Inventar gleich Randvoll, ey Bisschen zumindest Ja Von mir aus können wir dann gleich los Dass wir da gucken können Ich brauche aber nur noch Äh Ich brauche dann nur noch Äh Kostest du wirklich Ach du Scheiße Verdichtete Kohle kostet sogar Eine Festplatte Und den Turbotreibstoff Kostet beides eine Festplatte Oh ne Hoffentlich kann man die Festplatten Irgendwann selbst craften Was wüssten du Äh Hub Den ganzen Zeichen Die da mittlerweile sind Kann ich dich gar nicht mehr erkennen Ich bin beim Hub Weil ich wollte mir Ach Ich seh da beim Hub Gerade nur an den Zeichen oben Kiste, 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 Kiste Ach Den hatte ich ja aufgegeben Für ne Forschung So So Scheiße, warum wirst du mir nicht mehr rum angezeichnen Ich Bisschen Wenn du x-mal an mir vorbeirennst Sind das eigentlich schon MK4-Lifte MK3-Lifte Ja Aber Wenn wir dann mal in die Richtung da Und Ja Hier vorne war übrigens noch ein MK MK1-Band Ja Kann gut sein Äh Äh Bist du noch MK1? Nee, MK2 Achso, ja, stimmt jetzt Wir haben ja auf 200 Für Äh Statt 240 Machen Die ja 270 Einheiten Die Minute Ich wunderte mich Hä Warum ist denn da noch so viel frei? Ja, kann gut sein Auch wenn ich für mich frage, was hier los ist Mh Irgendwas oben nicht richtig ange... Nein Oben war kein MK3 Da Es kann gut sein, dass oben die Ecken noch kein MK3 sind und deswegen hält Nee Nee, da ziehst du nur Ey, warte mal Ja, ich, äh Ich muss mal kurz zum Ähm Zur Kohle Wollen wir gleich losgehen Äh, ja, aber ich brauch Stahlbeton Äh Ohne das kann ich keine MK2-Mol... äh... Teile bauen Und ohne MK2 kriegen wir nicht so viel Strom, wie wir brauchen Na Hm MK3, MK3... Ah, lol Was denn? Siehste, merkste direkt die Linie hier komplett vergessen, deswegen läuft das Erz da nicht hoch Die Barren werden nur mit MK1 aus dem Höfen rausgeholt Ich hab eigentlich, äh, MK3 alles gemacht Ja, man merkt es dann an der Geschwindigkeit Ja Wobei hier wieder MK3 ist, also da war noch ein... Warten Dann müsste jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser gleichlaufen Ja 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 Die Seite hier haben wir irgendwie komplett vergessen Oh, jetzt läuft das Erz auch besser durch Ja Mann, es müsste eigentlich... laufen Oh ja, jetzt läuft das Erz auch viel besser da hoch Das meinte ich mir, bei dem Spiel merkst du sofort, wenn da irgendwas nicht richtig ist Ja Faktorio hast du das Problem, dass du erstmal suchen musst Ja, welches Feld hab ich jetzt irgendwie vergessen, auf das nächste Abzugreifen zu So ein bisschen höher Ja, oh, ich muss sowieso noch... Gut, dass ich hierher gegangen bin, weil ich muss mir noch... äh... ähm... ähm... MK3 Sachen mitnehmen Wie viele Rohre hab ich... Ja, 440 Rohre, das reicht So So Stahlrohre Ja Bin ich auch über 400 dabei Ja, modulare Ich hab auch modulare Rahmen Ich hab so gut wie alles dabei Ich hab ein bisschen zu wenig Stahlträger Dafür hab ich jede Menge Kabel, Kropodraht, Beton, Eisenplatten, Eisenstangen... Ja, du ziehst... Von stärken Eisenplatten hab ich ne Menge dabei Ja, du ziehst nachher die Kabel Ich baue Maschinen und du ziehst Kabel, das ist doch ne gute Arbeitsaufteilung Ja, ich hab über 800 Kabel dabei Boah... Ähm... Ich hab grad mal nur noch 50 Äh... Ja, Kiste, 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 Kiste Kiste Also, wie... Ich weiß auch warum die Kisten auch angezeigt werden Da waren... Das ist nur noch das Material von den Bändern, die bei mir nicht ins Inventar gepasst haben So... Ben da... Ich bin so doof, mein Schwert auszuwählen, Alter Bist du jetzt... Wieso wirst du mir nicht mehr angezeigt? Das ist voll bescheuert Boah, das Licht leuchtet Da bist du... Lelelelele... Mach ich ja eigentlich, wo lauf ich denn hin? So... Blödsinn So... Wo... Üge mir... Hab ich dir denn noch angezeigt? Ja, und ich seh dich auch noch Gut, dann... Bist du mich ja so oder so... Ach, hier ist erst mal ein... Gegner Unreiner Kalkstein Vorsicht, hier sind lauter Lücken im Boden Ja... Hier sind ganz schön viele Risse im Boden Ach, hier ist auch noch mal Kupfer Äh... Äh... Ein Rammler Äh... Nochmal Kupfer Nochmal Kupfer Oh... Bist es mich ja wie gesagt auch sehen und einholen können Äh... Mh... ... Mh... Nh... Hier bin ich beim ersten Mal zwar nicht langgegangen, aber... Hau ab, du fettes Viech! So, genau, den Ort hier meinte ich, falls wir noch Kalkstein brauchen. Oh Gott! Dieser Keiler! Welchen Ort? Ich bin hier, weil da unten sind drei Kalksteine direkt. Och, wir haben noch bei der äh... Wir haben noch bei der Kupferme... äh, bei der ähm... Ah, ich weiß, aber falls wer dringend was braucht, ist hier halt ein guter Spot für Kalkstein. Äh, wieso dringend? Du hast über 500 Beton im Inventar. Äh... Oh. Und hier gibt es Ölpflanzen. Oh! Hier ist noch eine Festplatte. Oh. Hier. Die habe ich schon rausgenommen. Hoppala! Ich wollte kein Ding setzen. Ich wollte den angreifen. Setze ich einfach so ein Teil hier hinten, ey. Ja, und die Festplatte habe ich jetzt. Vorne sieht man schon so ein bisschen mein... Meinen Spuren sind da. Bist du? Hinter dir. Hier bin ich einmal runtergefallen. Das war der Ort. Ich nicht. Oh, ich lebe noch. Ich bin da schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Ich... Wo... Wo bist du? Da gefallen ich, Idiot. Ich baue mich mal kurz... Oder versuche mich zumindest wieder hochzubauen. Ich komme gleich wieder, mein Gott. Was mache ich denn für komische Sachen? Ich habe gedacht, hier wäre der Ort gewesen. Wegen dem, äh... Ich bin gleich wieder oben. Moment. Mach ich denn hier für Quatsch immer. Ach, da bist du. Ich habe dich schon gesehen. Och... Deine Fresse. Ach du... Jetzt weil... Ich bin nicht wieder. Ach... Ähm... Müsst'n du. Lo? Lo? Da wo es geknallt hat. Ach, du hast da die Steine weggesprengt. Da habe ich mich letztes Mal drum herum gebaut. Heile. Wo... Wozu? Ich hatte keinen... Explosions-Card dabei. Ja, du nicht! Jetzt habe ich auch was dabei. Ich wusste es nicht. Mittlerweile habe ich auch dabei. Box Süd! Wir haben hier wieder Box Süd. Wir haben hier wieder Box Süd. Und für das Box Süd. Ist halt ziemlich weiter weg, aber der Place war halt ganz in Ordnung. Wie gesagt, Wasser direkt neben... Vier Kohle. Ja, an die... An den Ort erinnere ich mich noch privat. Boah. Da sind wir nämlich schon. Du lässt mich in Ruhe, komischer Sch... Spucker. Boah. Rammler. Mehr Keiler. Schatz. Direkt das Färbenmenü ausstellt. Yeah! Hehehehe. Oh Mann ey. Ja, aber hier ist ja der Ort direkt. Ja, 300 Meter Kohle. Bist... Vorbild... Ich habe mich an der Klippe langgehandelt. Ja, ich bin... Ich bin jetzt schon bei der... Kohle. Ich empfehle dich, dass du dieses Specimen ausstellt hast. Kompli. Wo oben soll es feiern sein? Wo sind es feiern? Ja, und ich bin fast tot. Wo bist du? Wo bist du genau hier? Also wenn du die Taschenlampe im Dunkeln nicht siehst. Bei mir leuchtet alles. Okay, ich habe die... Okay. Kohle. Kohle. Ja, genau. Okay. Oben ist zweimal und da unten ist zweimal. Nein, da bin ich schon richtig. Ausrüstungswerkstatt. Hier ist halt direkt. Wasser. Du hast eine gelbe Schnecke sehe ich gerade. Oh. Läuft. Bei dir alles klar? Ja. Mein Spiel steht gerade. Dein Spiel? Mein Spiel steht gerade. Mein Spiel läuft. Steht in mein Spiel, Alter. Lorenzo hat das Spiel verlassen. Habe ich doch die ganze Zeit nicht gehabt. What the fuck? Lustigerweise bin ich bei mir immer noch im Spiel, aber ich kann mich nicht bewegen. Dann ist dein Spiel abgestürzt. So. Kann ich mal den Taskmanager aufrufen? Nachleck mich doch am Arsch. Ah, jetzt. 2, 2, 6, 8. Genau 4 Stück für den MK. Ach, ich hasse das bei der Sektory. Wenn das nicht läuft. Ich packe ich auf die 0. Wenn weg ist, dann muss ich meinen Computer gleich machen. Ja. Okay, ich meld mich kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Ja. So. Und wo soll hier Wasser sein? Und wo soll hier Wasser sein? Ja. Ja. Okay. So. Und so. Oh. Super. Würde ich da unten dann auch das ganz gerne. gut. Aber gut. Ich habe den Schein. Ich bin zurück, alles klar Bin nur noch nicht im Spiel, aber ich bin schon mal zurück Ja So, ich starte mein Spiel jetzt nochmal Mein Gott Ich wollte dich sowieso noch was fragen Hatte ich ja jetzt eben machen, bevor ich wieder ins Spiel gehe Ich wollte ja Pokémon Purpur noch mal durchspielen Ja Wollte ich fragen, ob wir da mal einen Abend machen können Wo wir ein paar Terrorraids zusammen machen bei dir Wo du mich ein bisschen boostest Weil meine Pokémon sind halt echt scheiße Purpur Ich glaube mein stärkstes Pokémon ist Level 26 Uhu Ist doch ultra stark Was hast du denn Ja Ich wollte das Spiel nur so schnell wie möglich durchhaben Weil ich bin einer dieser Idioten, der sich immer alle Pokémon Editionen kauft Und alle durchspielen muss Ich kaufe mir höchstens eine Edition So Ach ja, hier ist ja noch dieses Dafür habe ich meistens den Vorteil, dass ich meistens Zugang habe Bei Pokémon, die die viele haben wollen Dadurch kann man ganz gut tauschen Da unten ist eine gelbe Schnecke Das habe ich ja vorhin schon gesagt Da unten am Wasser ist auch eine gelbe Schnecke Die habe ich noch gesehen und dann ist mein Spiel abgeschmiert Die Schnecke ist verflucht So nach dem Motto Du hast die geheime Quelle gesehen Ich bin vorhin, kurz vor dem Stream schon einmal rausgeflogen Wow, 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 wow Jetzt bin ich das zweite Mal rausgeflogen Also irgendwie Heute Mittag lief es doch ohne, dass ich einmal rausgeflogen bin Ja Übrigens Äh, ein Keiler hat sich jetzt gerade ins Wasser verabschiedet Alter Alter, das ist ein Clip wert Ja, ich versuche gerade wieder zu joinen Und ich mache mal kurz meine Switch aus Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade noch in YouTube bin Ja, das ist Das zieht Internet Ja Da hau ich mal kurz die Switch aus Beziehungsweise mach die aus Ich hau die natürlich nicht Äh Ein bisschen doof bei einer Konsole, die etwas teurer ist Vor allem wenn man kein Geld hat Wobei die Switch jetzt nicht so teuer ist, was Konsolen angeht Aber Geld ist Geld Geld ist Geld 300 Euro sind 300 Euro Das ist korrekt Mist, mir fehlen Kupferplatten Verdammt Ach Ich glaube, daran haben wir beide nicht gedacht, wir Idioten Na Na, äh Für zwei Stück konnte ich aufbauen Komm gerade nicht ins Spiel rein, das gibt es doch nicht Jetzt komm schon Ich will nicht nochmal rausfliegen Ich will nicht nochmal rausfliegen So entweder komme ich jetzt ins Spiel oder ich fliege raus Ich bin schon wieder rausgeflogen Das stimmt denn jetzt nicht, Alter Das kann ich dir nicht beantworten Weil bei mir läuft alles schlüssig Ich meine, das kann ja nicht an dem Spiel liegen Wir haben ja bis jetzt keine solchen Probleme gehabt im Multiplayer Äh, nicht so Ich meine, ich bin zwar mal rausgeflogen, aber doch nicht dreimal hintereinander Innerhalb einer Stunde Was ist denn das? So Dürfte ich jetzt wieder spielen? 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 Ohne, dass du mich gleich rausschmeißen willst Computer sagt Nein Weg mich wenigstens wieder Jetzt bin ich nur da Ach lol, ich glaube, ich weiß, warum ich rausgeflogen bin Weswegen denn? Das könnte zumindest ein Grund sein Ich bin in eine der Korallen reingepackt Äh Ich bin nämlich gerade aus der Koralle gesprungen Ja Aber jetzt bin ich wieder da Und es läuft auch flüssig, komischerweise So Natürlich verstehe ich es nicht Also entweder läuft es gar nicht oder es läuft flüssig, aber Dazwischen gibt es nichts, ne? So Irgendwie Ich habe kein Leck, gar nichts Also irgendwie Wer will das Spiel mich verarschen oder mein PC, habe ich das Gefühl So Bumpy Ah, ich bin auf dem Korallen-Ding gelandet Ja, und dann fliegst du wieder raus, also vorsichtig Ja Bin ja jetzt am Strand unten Ja, ich versuche hier gerade Da Ich habe gerade leider nicht Oh, mir fehlen, mir fehlen Kabel Geile Aktion Ich bin ja hier Ich bin ja hier Ich bin ja hier Ich bin ja hier Ich habe nur gerade mal gedacht, ich scanne mal kurz nach Kupfer, das ist gar nicht so weit weg Ja Ja Ich würde theoretisch natürlich uns ein bisschen Kupfer holen, das ist ja nicht das Problem Nein, so schlimm ist das nicht Jetzt wollen wir schon solche Idioten waren und einer der wichtigsten Ressourcen für die Kohledinger gar nicht dabei haben Äh, siehst du? Da unten Der Boden ist zu steil Der Boden ist zu steil Der Boden ist zu steil Geile Antwort Du brauchst Du brauchst Kabel, wa? Ja Boden ist zu steil Na Hast du noch was? Außer die Kabel Äh Im Spiel Guck mal, was ich noch Guck mal, was ich noch dabei habe, was wir bestimmt nicht brauchen Schwarzpulver Sogar mehrere Stacks Schwarzpulver habe ich dabei Profi Dann drehe ich mir das jetzt so rum Ja, mir fehlte ja Kabel Da habe ich dir welche hingelegt Habe ich schon gesehen Irgendwo hier war es Da ist es Ich habe es schon Ja, äh Kabel meinte ich gerade nicht Äh Super Super hoch Da rein Da rein Das ist ja theoretisch, wenn du einen Kohle generator schon an Laufen Zum anlaufen bringen kannst Wir ja mit äh Und einen Schmelzofen und Konstruktionen zu bleiben Oh, nicht genügend Material Verdammt, ich habe gerade mal Material für Ei Hehehehe What? Ah Ich Ah, solange ein Konstruktor läuft ist doch erstmal sch... gut Äh, Quatsch Solange ein Generator läuft Weil ein Konstruktor läuft Das wird blöd sein Ich hoffe ich habe da... Ich hoffe ich habe dafür dann noch genug Material Mh Für ne... Für ne Pumpe Nein Ich habe nicht mal genug Material für ne Pumpe Hehehehe 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 Schlecht, oder? Aaaaah Das war's, ich leg ein paar Sachen ab und hole dann nochmal Kupfer-Dinger bei uns aus der Phase Äh, ne, du hast doch hier nach Kupfer gescannt Ja, das wolltest du doch holen Ja, hol... Du holst Kupfer, ich versuche hier so ein bisschen das, ähm... Ähm... Anzuschmeißen Stimmt, ein bisschen können wir ja dann auch per Hand craften, das ist ja nicht so... Ohhhh... 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 Weißt du was das Lustigste ist? Man hat ne Kettensäge, aber man hat keinen Fuel mehr, ne? Ist korrekt, glaube ich auch nicht Wobei, ähm... Du kannst doch an der Bergbank ähm... Alien-Überreste zu Biomasse craften Das geht doch Ja, davon habe ich ja ein bisschen eingesammelt Ich hab ne... Ich hab ne... Weißt du was das Bescheuertste ist? Was denn? Vorhin was... Ich hatte vorhin was dabei, was ich jetzt gebrauchen könnte Das habe ich rausgepackt Profi Ahhhh... So, 40... 40er Treibstoff reicht Ach, das ist jetzt wieder dieser Scheiß... Fuck, oder was? Wir müssen schon wieder nichts setzen, nichts platzieren, gar nichts Leck mich doch am Arsch, was ist denn das für ein komischer Bug, ey? Och, ne... Ah, jetzt ist... Jetzt ist alles wieder da, okay Ich muss zwei Stromgeneratoren Na, äh... Wir sind im Myziliumwald, ne? Ja... Ja... Ah... Weil hier droppen die, äh... Sachen... Kaum Holz, dafür Myzilium Ja... Na... Läuft ein Generator schon, ne, ne? Äh... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Zwei, äh... Anschmei... Äh... An die Leitung legen Ja... Ist da ne Leitung runtergelegt, das wäre nett, wenn wir da Strom hätten Mhm... Es läuft schon einer... Also... Ja... Dann pack die Leitung da noch dran Aber ich glaube, ich muss die Sachen nach unten bauen Weil sonst haben wir ein Problem Ja... Weil ich kann ja keine, ähm... Weil ich kann ja keine, äh... äh... Pumpe bauen Und ein... Für... Ach, da ist ein Generator Platz Perfekt Oder... Kann ich dann zwei ja auch... Ich guck mal, ob ich noch... Nicht genügend Platz Da... So... Ich lass mal wieder runter hier... Und... Jetzt... Halt... Dich hau ich... Doch... Ich hau hier mal eben was mit... ...dranne... So... Ich hoffe mit den letzten... Ach, du hast hier... ... was rausgepackt Oder warum steht denn hier ne Truhe? Die Truhe steht nur... Ähm... Oh... Ich kann nicht so viel machen, also... Äh... Weil ich noch... Was im Inventar hatte... Was raus musste... So... Und jetzt bin ich gespannt Wir haben ne Kapazität von 150 Ja... Es laufen beide... Es laufen beide... Äh... Was wollen wir das laufen beide? Ich hab erstmal was... Wie schnell... Es sind... Ich hab erstmal schon mal was geholt... Ich hab erstmal schon mal was geholt... Jetzt wo ich gerelockt bin... Wirst du mir übrigens auch wieder angezeigt... Ja... Wo ich stehe... Unten... Da bist du... Jo... Ich stehe neben dir... Juuu... Ich wollte dir gerade was geben... Was denn? Was da? Äh... Kupfer... Ach so, wegen... Ähm... Ja... Ach da unten... Kupferblech... Ach so... Du meinst auch... Zwei... Lieber gleich hier... 300 anschließen... Oder wie? Ich würde sagen... Wir schließen da erstmal... Ein bisschen... Mehr an... Weil dann haben wir schon mal... Ein bisschen mehr Puffer auch... Weil ähm... Ich dachte wir gleich wieder hier rüber müssen... Äh... Wobei der Weg jetzt auch nicht so ultra weit ist... Äh... Mach doch ein... Ein... Mk1... Äh... Wir bauen hier einfach mal so eine kleine... Fabrik auf... Ne provisorische... Für... Ähm... Für... Metallplatten... Äh... Kupferplatten... So... Ja... Können wir auch machen... Ich kann natürlich hier auch kurz einen Konstruktor setzen... Das ist nicht das Problem... Konstruktor... Äh... Mk1... Miner... Schmelze... Und dann... Raus damit... Weil... Ich brauche so viel Kupferblech... Ja... Dabei... Weil mit... Einem... Ja... Oh... Und jetzt fehlen mir Rotoren, oder? Na gut... Die könntest du ja auch so... Craften... Wenn... Äh... Platz da ist... Ja... Klasse... Irgendwas fehlt doch immer, oder? Äh... Meistens... Warum? Weil jetzt fehlen Rotoren... Kannst du welche machen? Nein, kann ich nicht... Äh... Doch, 14 könnte ich... Aber das reicht nicht... Ähm... Warte mal... Ich komme mal kurz zu dir... Ähm... Rotoren... Craften... Mal kurz ein paar Rotoren craften... Ja... Ich mache auch gerade welche... Ach... Dann setze ich hier eine Werkbank einfach neben... Ja... Die kostet nicht die Welt... Das verstehe ich... Äh... Rotoren... Schrauben und... Äh... Eisenstangen... Ja... Ich habe nämlich nur noch eine Eisenstange... Ja, das ist schlecht... Ich kann aber einige craften... Oder ich gebe dir kurz was... Kann ich natürlich auch tun... Äh... Eisenstangen brauchst du, ne? Ja... Hier... So... So... Hier sind noch ein paar Rotoren... Komm, 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 komm... Hier sind meine Rotoren... Ab da! Ja... Erstmal noch ein paar Rotoren... Aber ich habe auch noch einige Eisenstangen dabei... Ja... Und auch... Schrauben... Ich muss ja immer für... Ich brauche jetzt... Ja... Zehn... Zehn Rotoren für eine... Für ein Kraftwerk... Ja... Und 20 Rotoren für... Ähm... Ja... Mhh... Boden zu steil... Boden zu steil... Boden zu steil... Boden zu steil... Das ist der Böden zu stale So, ähm Sooo Das da da rein Da 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 rein Da 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 rein Da da rein Da 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 rein Da da rein, da da hier rein Das hier hier rein Ich werde hier oben auch noch mal kurz an die Werkwand setzen Ich werde mich per Hand nebenbei auch noch crushen Klar Was meinst du wie viel Kupferblech wir noch ungefähr brauchen? Na ja Ich bin Wie viel Kupferblech passen überhaupt auf einen Stack? 200 200 200 400 Und Und Хотя Eine 100 500 40 40 40 41 Jo 41 42 45 40 61 Oh. Ja, dann kommt auch keine Kohle. Was hat, wenn du Strom nicht hast? Äh, nee, wenn der, äh, Splitter. Oder das. Äh, oben drauf sitzt. So. Ich geh mal kurz, ich komm gleich wieder. Ja, ich mach kurz mein Licht an. Und trink kurz Wasser, bin auch gleich wieder da. Ja, ich mach mich noch mal die Mannschaft. Und jetzt habe ich mirCRI, auf die Vörterung ein. So, da bin ich dann auch wieder zurück und 300 müsste jetzt... Ja, wir haben einen Verbrauch von 72 und haben einen Ausput von 300. Apropos 300. Ja. Ich komme gerade mit was zu dich. Kupferblech. Kupferblech. Also sind wir bei 120 Einheiten. Es ist nämlich schon MK2. Ja, pro Quelle dann. Ja. Ja. Entschuldigung Leute. Sollte ein Lied werden, oder? Ich habe nur die Melodie vergessen. Oder den Text. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja. Okay. Okay. So. 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 Du musst auch noch das Teil, die Stromsachen nach hinten. Yo! Mich hat gerade ein Raketen-Nashorn weggehauen. Yo. Oh, du lebst noch. Nee! Tod! Wie, nee. Ich bin... RIP? Böses, äh... Raketen... Dingsbums. Raketenra... Aashorn. Raketenrammler, äh... Ramler. Raketenrammler hört sich falsch. Raketenrammler. Raketenrammler. Aber Rammel... Mir ist das so... MN. Oh, Mann. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Ja, kann ich gleich. Ja, kann ich gleich. Ich wollte nur kurz hier gucken, wie viel ich hier noch rein bzw. rausholen kann und dann geh' ich mal kurz da runter. Wo ist denn der Raketenrammler? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin auf der Suche nach dir. Da bist du gestorben, oder? Oh, Loll, da ist, ne? Loll, der kann fliegen! Ja, und der macht dich One-Hit. Der ist im Wasser. Ja. Dann stört da keinen mehr. Aber der kommt wieder, das ist das große Problem. Kann ich denn eigentlich von hier aus unter Wasser abschießen? Oh nein! Spucker, 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 Spucker! Äh, ja. Schön. Äh, okay. Ich lebe noch. Äh. Äh, okay. Ich lebe noch. Äh. So. Oh, wir haben die... Oh, wir haben die... Oh, wir haben eine violette Schnecke freigelegt. Bemerken wir jetzt erst. Nee. Was für Dödel sind wir denn? Comply. Nein, es war keine lilane Schnecke. Es war einer der, äh, der Alien-Kristalle. So. Ich bin da ein Spucker genau das worden, wo man gerade steht und meint ein Erster. Ich bin da ein Spucker genau das worden wo man gerade steht und meint ein Erster. Ärgern zu müssen. Ja. Ja. Macht ja sowas von Spaß. Ja, jetzt sehe ich dich aber schon wieder nicht. Auf dem, auf dem Kompass. Ja. Ja, ich bin ja auch gerade erst noch auf dem Weg. Ich bin ja erst beinahe bei den, äh, äh, ähm, ähm, bei der Kohle. Hm, hm. Ich bin ja erst bei der Kohle. Hm, hm. Ja. Ich laufe gerade da noch hin. Ah, ich sehe die Generatoren. Und wir haben hier Kalkstein auch noch mal, ne, auf der Klippe. Ja, hier ist einiges auf der Klippe. So. Auf der Klippe, haha, Pokémon-Witz. Ähm. Schau dir den Arsch, du böses Riesen-Piep. Quats. Was ist, ähm? Was ist das, ähm? Hilfe? Ähm. Endlich nicht. Ja. Kohle hätten. Bei den Kohle-Generatoren. Sü. Ja, ich kann dich immer noch nicht sehen. Weiß auch nicht, was das ist. Manchmal richtig, manchmal richtig nicht. Ja. Mit der Explosion hat er mich gekillt. Du bist wieder tot. Nein. Ich bin hier oben. Bei der Kohle. Bei dem, ähm, bei dem ersten MKA, MKA, zwei Miner. Lol. Was, lol. War das hier eben schon? Was? Nicht ein Jetpack. Das Ding, das Jetpack ist von dem Vieh. So. Wie süße. So. Das ist noch ein Spucker. So, ich hab meine Sachen wieder. Spucker. Auch noch ein Spucker. Da ist eine Festplatte. Wo? Hier. Hinten. Aber da ist noch so ein Spucker. Äh. Ich spawne mein Inventar da wenigstens. Oben. Ja. Ja. Traurig, wenn nicht. Mein Inventar war so proppervoll, alter. Oh. Ah, da wird man einmal was machen. Ja, das Gift hat mich runtergeschubst da. Wusstest du gar nicht, dass Gift, die Giftdinger, einen Rückstoß geben können. Ich hab das Vieh gekillt, dann ist neben mir so ein Giftding explodiert und dann bin ich runtergeschubst worden. Hab ich noch nie erlebt. Was ist das denn? Oh, das hat gelaggt. Kurz. Natürlich auch sein. So. Wobei es halt bei mir eigentlich nicht laggt. Deswegen, äh, wundert's mich. Bei mir hat's gerade gelaggt, wo deine Kiste aufgetaucht ist. Gut. Kann gut sein. Äh. Oh, 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 oh. Hast du noch, äh, Spre... Ist in deiner Kiste noch Sprengmaterial? Ja. Äh. Ich hab ja... Wie gesagt, ich hab ja auch jede Menge Schwarzpulver und so dabei gehabt. Ich hab so gut wie alles dabei gehabt. Äh. Äh. Shit. 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 Das Giftvie... Hab ich Schwarzpulver dabei? Ja. Ich hab Aurora dabei. Die Viecher können jetzt was erleben. Ah. Ah, da. Die Obelisk. Wie gesagt, ich hatte jede Menge Kram dabei. Naja, ich hab mir jetzt erstmal 35 Obelisken wieder gemacht. Äh. Äh. Weil diese... Giftpflanzen, die auferstehen, können nur weggesprengt werden. Aua! Und jetzt kommen noch... Und jetzt kommen noch kleine Spinnen. Es sterben sollst du nicht da. Nein, nur noch Spinnen, ey. Ich... Ah. Erst kommen hier noch diese Giftdinger. Dazu kommen dann noch Spinnen. Ah. Kann man sich jetzt... zur Festplatte... Äh. Nein. Es sind noch Spinnentierchen. Ja, warte mal. Dann bin ich ja auch gleich wieder da. Dann können wir... zweit da angreifen. Ich muss... auf jeden Fall kein Risiko irgendwie eingehen. Nee, das sind nur die kleinen gewesen. Die sind ja mit... zwei Schlägen tot. Hm. Da steht das Vieh schon wieder auf. nach dem Motto... Lass mich in Ruhe... oder du bist des Todes. Hm. Ich sag mal eins. Bumm. Nicht getroffen mit der Explosion. Jetzt aber. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht auf dem Weg, ne? Äh. Verdammt. Wir brauchen... drei Motoren. Für? Zum Öffnen. Hm. Wie kann man Motoren nochmal craften? mit... Mit Rotoren. Und... Äh... Nein, nein, nein... Hohohohoh! Ich sterben, Junge. Ich bin gleich da. Ob auch, was dabei, was uns helfen könnte. Weil ich lustig bin. Das lege ich mal kurz da auf der Plattform ab und dann komme ich gleich Die Viecher können mich hier mal Ich muss mich bloß in Ruhe So, die Festplatte habe ich befreit Hast du es schon? Nee, wie gesagt, das fehlen die drei Motoren So Ja, weil du gesagt hattest Ja, befreit so nach dem Motto Wir können da Unbeschadet hingehen Ich bin gleich wieder da Ich muss hier nur kurz was ablegen was ich mitgenommen habe Damit wir hier keine Probleme mehr haben mit gewissen Ressourcen Habe ich womöglich etwas übertrieben beim Mitnehmen Was hast du übertrieben mitgenommen? Müsst du sehen, wenn du hier bist auf der Plattform da liegt so ein bisschen was an Kupferblech Du weißt, mir fehlen Rotoren um weiterzumachen Ja Hatte ja noch ein paar Rotoren dabei So Auch noch jede Menge Schrauben und so Deswegen ist es ja nicht so das Leben gewesen Komm ich hier runter ohne zu sterben Autsch Mich hier runter ohne zu sterben Autsch Bist du schon Hier ist meine Kiste irgendwo, wa? So, da Ja Nehme ich immer alles mit hier Kann ich alles aus meiner Kiste nehmen? Nein, du musst Ja, weil wir sechs Handslots haben Ja, ich hatte logischerweise was in den Slots Ja Und zwar hatte ich den da drin Ich hatte das da drin Ich hatte das da drin Ich hatte das da drin Das ist richtig Ich hatte die Kettensäge hatte ich nicht da drin Doch, hatte ich schon Aber das ist eigentlich So, das hatte ich da drin Sortieren Und Nehmen So Dann Noch ausrüsten Bin ich auch wieder voll da Aber sagst du dazu dem bisschen Kupferblech Hast du das gesehen? Nein Hier liegt so ein bisschen Kupferblech Guck mal Wie gesagt So viel Kupferblech Brauche ich doch auch jetzt nicht Hier sind noch ein paar Rotoren Ich sag ja Ich hab einfach ein bisschen Kupferblech mitgenommen Zwei Stacks Reichen Ich hab mich halt beeilt Gott ey Äh Was ist denn das denn? Roh Quarz Ach Ne Rohstoffen haben wir ja eigentlich Alles außer Öl Und Boxid Ja gut Aber das ist ja sowieso Kommt ja dann sowieso noch Wenn du da nachgehst Haben wir auch noch kein Uran Also Äh Ne Wir sind nur auf Uran gestoßen Ja Motoren Stadttoren Zwei Rotoren Ja Wie viele Motoren brauchen wir? Drei Drei? Ja Dann crafte ich die mal eben Wie gesagt ein bisschen Material habe ich ja noch Wobei hier auch Eisenherz in der Nähe ist also Wenn wir noch Eisenherz in der Nähe Dann Kompli Du bist so glücklich dass du dieses die wichtigste Artefakt gefunden hast Was ist denn das denn für ein Geräusch? Mich nervt grad nur die Stimme von dem Ich bin das komische Ding mit dem komischen Teil da Ich brauche auch noch Strom Strom gibt es hier ja gar nicht Ne Überhaupt nicht Jetzt ist das dann Wattchen Oh Mk1 Ding Machen wir da mal ein mk2 raus Kabel verbinden So Mach ich das Ding hier hinten mal auf Was liegt hier sonst noch? In der Umgebung so Oh krass Oh Wetter I have taken ill and need your help to find a cure Doktor say that the only remedy is alien artefacts Oh die würde ich aber mitnehmen Was? Bei dem Ding liegen noch sieben Computer Ja Die sollte man wirklich mitnehmen Das sieht doch auch schon ganz gut aus hier Wie lange wir noch genug Ressourcen haben um weiter zu fahren Dann fahren wir am besten noch wo weiter Ressourcen mehr haben dann haben wir halt keine Ressourcen mehr mein Gott Wenn es uns anfängt an allem zu fehlen Dann fehlt es uns halt an allem Aber das ist halt nicht der Fall Ach das So Ganz ehrlich das Kupferding da oben das lasse ich jetzt erstmal so Weil ich habe keinen Platz mehr mit dem Turm Und hier so ein bisschen Kupferblech mit den Hombaren Wir sollten hier eine Piste hinstellen wo wir ein bisschen Kupferblech reinpacken Ja Übrigens Jetzt sind wir bei 525 Oh Die Kohle wird knapp Ich muss wohl Okay Einmal einen Fusonator machen Weil die Kohle wird knapp Die Kohle wird knapp Kohle wird knapp Weil wir einfach zu viel Weg haben Das ist ja so schwer Einmal kurz einen Fusonator Den da ran Den an den Strommast Und abmarsch mit der Kohle Und abmarsch mit der Kohle Ja ich nehme zu viel Kohle Ja ich nehme zu viel Kohle Wenn etwas wegbricht Ist das doof Immer wieder hierher laufen zu müssen Mein Gott Nicht so doof zu umzielen Jetzt aber mein Gott Habe ich zwei Nobelisten voll daneben geworfen Ja hier ist die gelbe Elektroschnecke Wollte ich da nicht liegen lassen Wie gesagt Jetzt sind es 240 Einheiten Jetzt kriegen die wirklich genug Und weil alles MK3 ist Wird das ja auch ultra schnell verteilt Erstmal den Gegner in die Luft jagen Wenn man gerade keine andere Waffel in der Hand hat Ach hier ist noch so ein Eine Sache muss ich jetzt aber mal kurz machen Ich habe das Ding so vermisst Ne ich habe nur Ich habe nur 21 Rotoren Ja Ne das bringt nichts Das bringt nichts mehr Ja wobei ich auch immer noch ein paar craften könnte Aber auch nicht mehr so viele Dann lass Wir haben hier jetzt fast ein Terawatt an Strom Ich bin nur gerade Bist du noch unten bei den Generatoren? Ja Mal auf mich jetzt Bist du mich? Ach ich brauche nur noch ein Zeh noch Warte Zack Das Kupferblech ist So 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 Siehst du mich? Mal hier Ich liebe das Teil einfach Ich liebe die Kabelrutsche Ich liebe sie so Ich habe die mir jetzt auch geholt Ach dafür ist die Kann man auch den Weg zurück oder nur runter? Da wo du hoch springst Da gehst du halt das Kabel lang Das muss man auch Das muss man halt auch teilweise ein bisschen üben Aber man rutscht halt leider nur runter Und kann nicht hochrutschen Soweit ich weiß Ah doch Geht wohl Wohl man kann auch hochrutschen Äh Wenn du die Kabelrutsche in der Hand hast Musst du die linke Maustaste gedrückt halten Na klasse Äh Das krieg Wie gesagt Das muss man ein bisschen üben auch Ne Das kann ich nicht Ne Das krieg ich nicht hin Das 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 überanstrengt mein Handgelenk Verdammt Kabelrutsche kann ich nicht machen Außer ich bin wieder kerngesund Na gut Da musst du halt aufpassen mit deinem Gelenk Aber das ist trotzdem ganz cool Ja So Dann Dann lass uns jetzt mal das Äh Zurückziehen Äh Jo Können wir ruhig machen Gehen wir erst mal zurück Oh yeah Abschiede mich mit einem Knall Oder vielleicht auch zwei Ah 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 Glaub ich mich selbst Falls sie in die Luft versprengen Schade bei dem Achso Achso wir sollten mal Kabel ziehen Achso Ja Das sollten wir vielleicht tun Das nobody until Kann man das Gift jetzt mittlerweile wegsprengen oder immer noch nicht? Was macht mein Charakter schon wieder? Läuft schon wieder dahin, wo er will. Ich koche gar nicht gerade. Weg nur meine Maus, was soll denn das? Oh, jetzt gehts wieder, mein Gott, ey, was ist denn das? Jetzt hatte ich das in zwei Jahren schon. Also ich weiß, dass meine Tastatur leicht kaputt ist, aber das ist ja wohl. Ein bisschen kaputt. Das ist ein Spucker! Ich muss mal in die Luft sprengen. Ich bin auch immer voll risikofreudig, ne? Ich muss immer über jeden Abgrund drüber springen. So höre ich gerade eigentlich wieder ein Gegner. Was? Leitung zu lang, Leitung zu lang, dahin. Was? 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 Ihm. Was? von dem Schwein das Jetpack geklaut, was mich umgebracht hat. Ich hab das Jetpack, ja. Aber da fehlt doch Treibstoff. Das ist richtig. Ich hab so Spaß da dran, diese Dinger immer zu explodieren zu lassen. Genau, das Ding hier war so ein Teil das war echt Boah. Boah war das. Hab ich überhaupt die Festplatte mitgenommen? Scheiße, ich hab die Festplatte nicht. Welche Festplatte? Aus dem Gerät hatte ich die Festplatte genommen. Aus dem hier? Ja. Und die hab ich wohl in die Kiste, äh... Gut, dann ist die halt da in der Kiste. Wie lange du die dich irgendwo verloren hast, das ist ja... Können wir die ja wiederholen, würden wir so unbedingt brauchen. Aber momentan brauchen wir ja nicht unbedingt jede Scheiß Festplatte. Ja, wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. Komm, geh ich noch auf dich zu. Bam. Ja, deswegen brauch ich Geleitschutz. Bin weggerauern. Weil ich muss ja hier Leitung ziehen. Hm. Ja. Und wo ist noch Platz an unserer Hauptleitung? Hm. Äh, nehmen wir... Ja! Der Slot. So. Wir haben jetzt 1500 Megawatt. Ja, aber... Ich weiß gar nicht. Bist du im Rennen schneller oder bin ich mit der Kabelrutsche auf längere Distanzen schneller? Kann man doch austesten. Ja, renn mal vor. Na, komm mal... Wir machen von dem Berg hier aus... In welche Richtung? Nach unten. So da lang oder was? Ja. So. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bist du im Rennen schneller. Aber dafür kann ich auch höhere Sachen hoch und so. Denn hier... Ich jetzt auch. Ja. Dafür hat die Kabelrutsche halt auch den Vorteil, wie gesagt, du kannst halt von oben runterrutschen oder von unten hoch. Ja. Das ist halt der Vorteil der Kabelrutsche dafür. Hm. Aua! Hab ich dich gerade auch so ein Ding gehauen? Ja. Jetzt würde mich aber eine Sache mal interessieren. Ah. Irgendwo hier ist das Ding, was doch hoch geht da hoch. Lorenzo? Kommst du mal bitte? Das Ding, was da hoch geht da hoch. Ja. Ja, gleich einen Moment. Was ist da hoch? Ich richte einen Scherz. So, dat wollte ich mal testen. Was geht denn jetzt? Ah, ich... Es geht einfach nicht weiter. Yo. Ich komme. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo du bist. Aber ich nehme an am Hub, oder? Äh, ja. Ich komme mit der Kabelrutsche. Ich finde die so geil. Echt, ey. Woo. Genau stehst du so. Ich bin hier am Hub. Äh, ich stehe hier. Siehst du nicht, wo das HW-Männchen springt? Ich sehe dich nicht. Ah, lol. Blitzig. Toll. Rüchte mit der Kabelrutsche. Ja, das ist natürlich perfekt. Das ist das einzige Problem mit der Kabelrutsche. Kommst du nicht so leicht. Aber wenn ich jetzt hier lang rutsche und nicht um die Ecke komme direkt, dann fange ich hier so an dem Massenfest. Ach, ich wollte einfach mal dir was zeigen. Ja. Das sind nämlich die Giftdinger. Ja. Ich wollte einfach mal, äh, einen zum Spaß. Weil es gibt noch, äh, Impuls... Ich scann mal eine Festplatte. Ja. Äh, es gibt sogar... Und das war übrigens nur als Rache, weil du mich, äh, geschlagen hast, ne? Ja. Kann ich... Jetzt hast du mir aber Schaden gesagt. Oh, scheiße. Ach, Nenno. Was? Hat dich denn nicht bei dir herangeklebt? Bei mir sah es aus, als hätte ich sie dir herangeklebt und dann hat es bumm gemacht. Nicht, dass ich wüsste. Äh... Kann man mit... Ach, mit R kannst du die Obelisken wechseln. Alles klar. Ja, wenn du R gedrückt hältst... Zerst... Okay. Du kannst mit Gift kein Gift zerstören. Mhm. Du hast mich getötet gerade. Ich habe einen Bug gefunden. Dank dir sogar. Welchen denn? Ich steh im Gift und kriegst keinen Schaden mehr Das Gift ist ja auch schon weg Bei mir nicht Das ist es ja Bei mir nicht Bei mir ist es überall hier Ich seh nur noch grün Oh man Ich sag doch, ich hab das Ding bei dir rangeklebt Du bist aber so weit weg gegangen dass du nicht mehr von der Explosion betroffen warst Ich hab mal versucht das Gift mit Gift zu neutralisieren und es hat bumm gemacht Das ist die Hälfte meiner Ausrüstung Jetzt komm ich nicht wieder Was ist denn das hier? Das muss ich ausrüsten, das muss ich ausrüsten und das muss ich ausrüsten, mein Gott Das will ich nicht haben und das will ich nicht haben Du kannst es doch einfach in die Tonne schmeißen Was ist das eigentlich? Das will ich nicht dabei haben Kann man? Das will ich auch nicht dabei haben Wie diese Türme immer aussehen wenn man Sachen aus dem Inventar schmeißt Man bleibt bei mir jetzt hier die ganze Zeit grün Ich will mal was Okay, den Computer nehme ich mal mit Ich kann hier nichts machen Bei mir ist alles grün Ich will mal was ausprobieren Schick mir mal bitte ein Video Video, wovon? Wie das bei dir aussieht Was ist das zu这个 Was ist das für murder? Was ist das für die erste Idee? Oh mein Gott Es ist alles grün da. Habe ich dir geschickt. Ja. Das habe ich verschreckt. Ich habe mich an Schrauben und habe nach Schwefel gescannt. Alter, ich habe mich an Schrauben und habe nach Schwefel gescannt. Oh Mann ey, ich wollte gerade was ich machen. Ich fehlte diese Taste nicht mehr. Oh mein Gott ey. Ich wollte hier alles grün machen. Ich habe gedacht, ich löse den Bug aus, indem ich dich sterben lasse. Oh mein Gott ey. Oh mein Gott. Loll. Davon muss ich direkt noch ein Video machen. Schade, jetzt ist es schon vorbei. Das sah gerade echt geil aus. Bei mir sah es gerade so aus wie so eine Mondoberfläche und mein Charakter hing mit dem Kopf im Boden. Oh Mann. Loll. Fuck. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Jetzt. Ich kann gar nichts machen. Hä? Mal ist bei mir immer noch grün. Dann lock dich mal aus und wieder ein. Ja mach ich auch gleich. Ich mach kurz ne Trinkpause, ich bin gleich wieder da. Ausrüstung hier kurz fertig machen. Äh. So. Dann haben wir auch gleich hier das Ding vom... ...Gänster. Ey Gott, finden wir einen Bug nach dem anderen heute. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß ja nicht was du dann morgen so vor hast. Die hat denn noch nicht? Ach der ist ja gerade ein Trinken. E-E-T-R-E-E-E-T-R-E-E-E-T-R-E-E-T-R-E-E-T-R-E-E-T-R-E-T-R-E-G-E-T... Wie sieht das schon? igos nhàкраinhaft... Also deutsch hat heute bei mir komplett versammelt. heute mittag schon da habe ich auch nur scheiß geredet ein bisschen wie joda also deutsch ist bei mir heute ganz schwierig leute da war es den letzten streams noch ein bisschen besser aber diesmal machen wir irgendwie mehr scheiß muss aber auch mal sein zwischendurch im nächsten stream werden wir dann auf jeden fall weiter machen wobei wir ja immer noch hoffentlich am stream sind und werden da noch ein bisschen die fabrik dann weiter bauen gleich ich habe vor rotoren und versteckte einzelplatten noch mal herzustellen und da kopf auch hinzuführen und katerium dann dann so ein paar sachen zu machen mal gucken ob jetzt bei mir nicht mehr grün ist aber mir ist nicht mehr grün boah koss hätte ich jetzt nicht erwartet dafür ist bestimmt das ding gleich fertig das ist immer noch weg so 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 okay das war ein bisschen übertrieben vielleicht ich war eben selbst in die luft gesprengt scheiße so so und ich halt eigentlich nicht so so hingeflogen. Den belebe ich mal eben wieder. Komm, gibst du wieder. Ne? Toll. Ne, ich bin an dem Ding gewesen. So. Ich wollte gerade sagen. Kann man denn da machen? Da werde ich mal oben gucken. Das ist ja an der Fabrik Neuerweiterbau. Muss ja da noch eine Etage rüberziehen und wollte hier die Seite etwas aweitern bzw. abbauen und dann ein bisschen was verändern. Das werdet ihr dann natürlich im Stream dann auch noch sehen, wenn wir heute überhaupt so weit kommen und auf jeden Fall ein bisschen... So und da bin ich dann auch wieder zurück und ist wieder bei dir alles in Ordnung? Ich bin mir beschäftigt mit der Fabrik weiterzubauen. Nein, ist bei dir wieder alles in Ordnung. Oh, jo. Ist okay. Ich habe eben einfach ein bisschen geredet. Ja. Ist ja auch... Oh, da oben hängt eine Kiste in der Luft. Ja. Hä? Wie da hängt eine Kiste in der Luft? Ja. Du bist vielleicht gerade einmal gestorben wegen meinem Fail, aber ich habe dich doch eigentlich wiederbelebt. Da hängt gar eine Kiste in der Luft. Verstehe ich nicht. Guck dir... Wenn du mir nicht glaubst, komm mal raus oder guck im Stream. Ey, ja warte mal kurz. Ist ja eine Hölle. Bitch. I Pokémon. Du bist so? Ich habe jetzt eine Kriste, aber ich habe neben mir. Ja. isse, Siz komm mal kurz. Du bist jetzt ein Important. Hier, die Kiste in der Luft. Wieso hängt da? Warte mal, wo bist denn du genau? Gott, ich sterbe! Schon wieder. Wie bist du dieses Mal denn gestorben? Ach, ich war ganz oben auf der Fabrik drauf, quasi. War da gerade was am Bauen. Ja. Dann fängt man halt mal einfach so da runter. Eisenstangen und Eisenrohre. So. Meine Kiste. Ja, das war wirklich eine Kiste in der Luft. Wo ist meine Kiste jetzt gelandet? Irgendwo muss doch meine Kiste sein. Ich bin doch hier irgendwo runtergefallen. Oh. Ach da. Gott. Das ausrüsten. 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 Ah, vergessen. Ich hab was verloren. Was denn? Das Jetpack und mein Pixelanzug. Hm? Ich hab die verloren. Nur hast du mir die geklaut. Nein. Hatten die nicht mehr. Also, äh, ich bin's manchmal fies. Das gebe ich auch zu. Aber, äh, und spiele auch ganz gerne Streicher. Aber im Moment nein. Ich will grad die Kisten einsammeln, dass die, äh, dass die hier uns nicht mehr so doll nerven. Weil die zeigen nur noch, das sind eigentlich Materialkisten, wo ich kein, äh, wo ich keinen Platz mehr im Inventar hatte. Deswegen sind hier so viele Kisten. Oh. Äh, ich glaube, ja, der große Container ist voll, ne, mit Stahl, äh, mit Stahlstangen, Mahlzeit. Wir hatten's jetzt geschafft, in der Streamzeit die Dinger zu fü- äh, ähm. Ja. Ist ja auch ordentlich was an Material, was da gleich rumkommen wird. Ja, aber die, da kannst du einiges benutzen. Also, zwei Kisten, zwei große Containeristen brauchen wir nicht. Da kannst du ruhig, äh, da hast du ein bisschen viel gemacht. Ja, eigentlich baut man eine Fabrik, äh, am Boden. Nee, wir bauen eine Schwebende, wir bauen eine Schwebende. Hm. Ist besser, weil am Boden hat man sonst die ganzen Hügel und so. Ja. Geht dann auf den Geist. Ja. Du bist ja dann damit beschäftigt. Ach ja, genau. Ich hab gewartet, bis du wiederkommst wegen der, äh, Dingens da bei der Mam. Guck dir die Rezepte mal an. Äh, ja. Nein, wo bin ich denn jetzt ge- Ist jetzt ein Scherz, oder? Was? Wo ist meine Kiste? Oh, ist jetzt meine Kiste gespawnt. Bitte sag mir nicht, meine Kiste ist jetzt weg. Mit allen Sachen. Ah, nee. Das müsste meine sein hier. Alter. Ich bin nämlich durch den Boden geglitscht. Ja, super. Ah, meine Kiste ist hier oben. Ein Glück. Ja. Mein Gott, ey. Ja. Ist die hier. Boden. Nee, sollst du die Rezepte mal bei der Mam angucken, weil... Hab ich ja schon. Ich, äh, hab ein großes Fragezeichen vor dem Kopf, weil das linke Rezept, finde ich ehrlich gesagt, äh, mit dem Highspeed-Anschluss und dann, dass man das in der Manufaktur dann machen muss, finde ich schwierig. Das ist viel zu teuer. Ja, deswegen sag ich's ja. Das ist die Frage, das mittlere oder das rechte. In der Raffinerie Eisenerz und Wasser benutzen für... Rheineisenbahnen oder... ...im Fabrikator mit... ...im Fabrikator mit... ...im Fabrikator mit... ...im Fabrikator mit... oder einfach überflüssig sind. Ja. Das ist ein Sinn, momentan würde das Eisen machen, obwohl wir das auch nicht benutzen würden. Ja, wir machen Eisenherz normal und nicht mit Wasser. Ja, aber du musst dafür ja auch eine Raffinerie haben. Und die haben wir ja noch nicht mal. Das ist richtig. Ja, und in der Manufaktor haben wir auch noch nicht. Das ist korrekt. Aber auch wenn wir es später machen, finde ich keins davon wirklich priorisierbar. Nee. Selbst wenn wir die Sachen hätten, finde ich die alle drei nicht so mega. Nee. Da haben wir schon bessere rausgezogen. Mhm. Wir müssen was nehmen. Entfinden wir Müll, Müll oder Müll? Ja. Haben wir gerade einen Zuschauer außer uns? Nein. Warte. Hätte der das entscheiden können. Ja, wir haben es aber auch. Ja. Äh, Nulle fast. Ja, 20 vor 12. So, Uhrzeit. Ich nehme jetzt das einfach mit den Eisenbahren. Weil mehr, 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 mehr als nur diesen Müll gibt es ja leider nicht. Ja, die sind alle drei nicht so das mega, ultra Ding, was wir sonst wie benutzen würden. Äh, ich weiß, wo dein Jetpack, ich weiß, wo dein Jetpack ist. Wo denn? In der Kiste, weil unten in der, ähm, in der, ähm, bei der Ausrüstungswerkstatt ist noch eine Kiste. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn da, da ist doch, das ist doch, ach zum, toll. Da bin ich jetzt schon wieder gestorben. Weil, äh, das Spiel will mich heute echt verarschen. Da ist ja noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ja, und den Kupfer hättest du auch gleich mal schreddern können. Ach ja, hab ich voll vergessen. Hab ich hier voll vergessen. Voll vergessen. Äh, das Mycelium. Weißt du, worum ich mich, äh, gleich mal kümmern werde? Nein. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen langsam mal die Sachen für den Weltraumaufzug, äh, für den Weltraumaufzug, für den, äh, ich weiß, was ich meine. Das ist ein Weltraumaufzug. Ja, Weltraumlift heißt aber, ich weiß, dass das ein Aufzug ist. Äh, ich würde sagen, wir machen die mal und ich mach mal die Karten. Die Karten? Ich sorg mal für das Karten-Kunzchen. Ja, das erste da. Also die 500 Dinger da. Ja, und ich muss mal, ich muss mal nochmal gucken, wie die gemacht sind. Ach, da waren doch noch die modularen Rahmen. Stimmt, ja. Mehrzweckrahmen da, die zweiten, ja. Ja. Das ist im modularen Rahmen. Hatten wir nicht eine Alternative zum modularen Rahmen? Ja. Verstärkte Eisenplatten und Stahlrohre. Schon wieder... Schon wieder... Ja, das Eisen kann ich wenigstens noch benutzen, aber ich hab, glaub, keine Öl... Keine Kohlequelle mehr. Das Eisen ist, das hat 240 Einheiten, 90, ja, das krieg ich nur ab. Hier vorne sind auch noch ein paar Stahlrohre in der Kiste, ne? Ja, aber wir müssen 500 Stück herstellen. Ja. Wir sind... mehr als 2000 Stahlrohre in der Küste. Ja, und willst du das alles per Hand zusammencraften? Ja, leider nicht, nicht. Alter, dieses Riesenvieh, das da die ganze Zeit bei uns hin und her läuft, ne? Ja. Riecht mich so auf, Haller. Leider ist das Ding noch unsterblich. Ah. So. So. Ich kümmere mich mal um das letzte Teil. Um die Verkabelung. Ja. Automatisch. Ja. Dafür brauche ich ja nur noch Kabel herstellen. Oh. Das ist, äh... Ja, hin. Wie gesagt, ich mach hier oben das Ding fertig und dann kümmere ich mich gleich um die... intelligenten Beschichtung und alles, glaub ich. Pfff, Schipps da. Ja. Und ich kümmere mich um das, äh... Um das Kupfer. Also, um die intelligenten Sachen. Äh... Die Verkabelung und so. Ja, mit dem Stutt... Äh... Mit dem... Äh... Äh... Stator muss ich ja nur noch, äh... Mit Kabel ja nur noch verbinden. Und dann hab ich's ja schon. Na? Äh... 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 Und die... Und das Lustige ist ja, wir produzieren ja schon... Da hab ich ja schon die eine Sache ja schon vorproduziert. Und... Und... So... So... Schmelzofen... Ohne Konstruktor... Und ein Konstruktor. So... 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 Kupfer... Ja... Draht... Draht... Und... Kabel... 60 pro Minute... Und du haust 40, glaube ich, raus, ne? Äh... Nein, 30, also... Noch ein Konstruktor... Kursonator... 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 Äh... Dann... Noch mal eine Schmelze... Ein Splitter... Guck mal... Ähm... So... Strom... Ein... Ein... Mk2-Mast... So... Genau... Förderbandsplitter... Genau... Nach oben... Da... Nach oben... Und da... Da rein... So... Da ist noch ein Platz frei... So... So... Genau... Kupfer braucht er 15 pro Minute... Der kriegt dann seine 30 Kabel pro Minute... Äh... 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 Oh... Und... Und... Jetzt brauche ich so ein Riesenteilchen... So... So... Und jetzt brauche ich nur noch die automatische Kabelwicklung... Äh... Da... Genau... 20 K... 50 Kabel pro Minute braucht das Ding... Ach... Und 30 Lieferste... Hm... Kein Strom... Eigentlich hatte ich doch alles... Angeschlossen... Okay... So... Alle 2 Minuten bekommen wir ein... Äh... Eine Kabelverwicklung... Das müsste erstmal reichen... Oh... Eine Kohle hatte ich noch gar nicht angerührt... Da hätte ich noch... Äh... Was mitmachen können... Aber die brauche ich ja so oder so... Verdammt... 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 Da war ja so oder so... Da ich sie ja zum Mäuse merke... Ne... Nicht zum... Nicht zum Mäuse... Ich muss... Nicht... Weil daraus kann ich die... Ähm... Veredelten... Die... Äh... Besseren... Eisenplatten machen... Äh... Ich verbrauche 45... 90... 90... Und du verbrauchst... Äh... Äh... Ich verbrauche... 200... 2,5 Einheiten pro Minute... Äh... Mit Stahl... Daraus zu bauen... Wird nichts... Und dann bräuchte ich MK3... Und dann bräuchte ich MK3... Und dann bräuchte ich... Und dann bräuchte ich... Und dann bräuchte ich... Dich halt auf... 15... ... Drei... Und... 4... 102 pro min... 100,2 pro Minute und du haust 112,5 pro Minute raus. Also, oder kommt das nur so langsam an? Ja, es war noch ein MK2-Band. 50 Minuten, das ist nicht das Problem. Das da ist nicht das Problem. Nee. Denn wir waren 60. Das heißt, wir brauchen... Ja, wir sind mit 4 gut gedient. Ja, wo kriege ich jetzt noch Eisen her? Ich kann aber ganz 2 herstellen. Das funktioniert nicht. Was? Das funktioniert nicht. Es sei denn, ich mache es schwächer oder ich muss anfangen zu übertacken hier oben. Ansonsten kommt das mit dem Material nicht hin. Dann brauche ich 500 pro Minute auf einem Band. Und das geht nicht. Äh, nee. Shit, und ich habe... Und da anfangen zu übertacken. Sonst funktioniert das schlecht. Bei den Maschinen. Wenn ich dann nicht übertackte, dann... ...habe ich einfach blieb ich. Äh, 5... Äh, wieso brauchst du 500 Einheiten... ...pro Minute? Nein, meine Frage ist, wofür brauchst du 50... ...100 die Minute? Wir haben, ähm, bei den verstärkten Eisenplatten das zweite Rezept. Das Problem ist, die 50 Schrauben brauchen, äh... Äh... ...ja... ...brauchen. 150 die Minute braucht einer. Aber ich will zwei ans gleiche Band schließen. Äh... ...muss ich... ...funktioniert das halt von vornherein nicht. Da muss ich anders, äh, platzieren. Du musst mit Fusonatoren arbeiten. Ah, das hilft dabei herzlich wenig. Oh. Äh... ...was passiert denn genau, wenn ich jetzt... ...oh, ich bin fast tot. Nur weil... ...och nee, ich bin gleich... Das Ding macht mich so. Ich übertreibe natürlich ein bisschen... ...weil das ist gar nicht nötig. Was? Ach, ich rechne nur gerade. Äh... ...370 passen auf einen Band, ne? Ja. Nein, Quatsch, 200... ...270. Ähm... ...wann mal, was sind das? Okay, das sind... ...pfff... ...alter, krieg ich das mal in hier? Acht... ...wann ich... ...0... ...8... ...ah, kommt genau hin. Dann hab ich die 270 da... ...dann mach ich das so... ...und dann, ähm... ...ah, muss ich doch zwei machen. Eins, zwei... ...den einen... ...eins... ...zwei... ...drei... ...den hier... ...und ich reiche das dann überhaupt noch, aber das werde ich gleich sehen. ...und... ...das so hin... ...das muss sowieso erst da hin... ...aber, ähm... ...hier brauche ich dann... ...splitter... ...und... ...und erst mal eins... ...zwei... ...drei... ... ... jetzt sollte ich den auch richtig platzieren... ...und erst mal damit... ...vier... ...und... Oh nein, ich hab jetzt keinen Bock auf Spukka. Ich hoffe, mir gehen gleich die Strahlträger aus. Welche Strahlträger? Die ich im Inventar hab. Scheiße, Riesenspinne. Alter. Einmal so und einmal so. Geht sogar ziemlich genau. Ja, so mach ich das natürlich nicht. Was mach ich denn hier für ein Dräht? Ich hab Eisenerz gefunden. Wenn ich's mal hinkriegen würde, so'n Ding gerade zu platzieren, dann würde das auch funktionieren. Ob ich das... Da ist so'n Ding vor... Das ist trotzdem falsch gedreht. Oh, Alter. Alles klar, ich weiß, wo wir... Ach du... Ach du Heili. Jetzt reicht's aber hier. Ach du Schei, nicht noch einen davon! Was sind jetzt da für Problems? Oder hast du für Problems? 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 Wasser rett... Wasser rette mich. Ja genau, und dann mach ich das so, ich Profi. Gibt das eigentlich hier theoretisch? Nee, nee. Gar nicht. Okay. Gut. So. Ach, jetzt hab ich den wieder falsch rumgedreht. Geht aber trotzdem. Was los ist? Das geht. So. Ich habe gerade mich nach... Ich hab mich nach Eisenerz erkundigt, ne? Ja. Dann waren da auf einmal... Eine Riesenspinne, ein Rammler, ein Rammer mit Rakete, ein normaler Rammer... Der Rammler lässt einen nicht mehr los, irgendwie, ne? Ja, verspricht man sich einmal, kommt's immer wieder. Ja. Ach. 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 Nö, jetzt hab ich das schon wieder falsch gedreht. Ach, leck mich doch am... Ach, der war richtig. Der hier ist falsch. Ach, leck mich doch am. Ach. Ach. Ich bin hinten bis unserer Caterium-Mine gelaufen. Nur um den Viechern zu entkommen. Ach. Okay. So. Könnte ich das hinkriegen. Weil hier war doch noch irgendwo Eisenerz. Was wir nicht benutzt haben. Das ist ein Scheiß-Scherz. Benutz, benut, benut. Benutz. Ach, da. Wie ein Scheiß-Scherz ist das? Ach, da. Nach oben, da. So, das wird's halt. Hier werde ich übertacken. Was passiert, wenn ich das so mache? Du erhöhst den Output und du musst halt auch gucken, dass du halt den Input dann hältst, ne? Das ist so in Ordnung. Und. Auch die. Äh, werden wir gleich sehen, wie gut das hier läuft. Nicht, da muss ich gleich halt nochmal umbauen, mein Gott. Ich hab nur ein Problem. Jetzt fehlen mir tatsächlich bescheuerte Stahlträger. Normale Stahlträger? Ja. Die schwarzen, ne? Äh. Ja, für die Fließbänder halt. Ja. Ich. Wo bist. Äh. Ich bin dir da näher der. Weil ich wollte. Ich muss mir die. Äh. Unreine. Ähm. Die unreinen Eisenquellen da oben. Zunutze machen. Ich bin grad die. Eine Fabrik hier runter. Wo bist du? Ich seh dich auch. Ich seh dich auch wieder auf der Map. Komm, man schau, da ist er jetzt. Ähm. Ach, da unten. So. Und dafür kannst du die hier haben. Welche? Äh. Gelbe Elektroschnecke. Äh. Ja. Brauchtest du die nicht zum Übertakten? Äh. Ich hab schon übertaktet. Ja. Brauch grad nicht mehr zum Übertakten. Ähm. Was wollte ich jetzt in den Schredder schmeißen? Kupferherz, genau. Warum hab ich immer noch Kupferherz dabei? Äh. Wenn du übertakten willst, bei dem Hub in der Kiste sind die vier. Oh. Na? Ich hab schon übertaktet. Ich hab schon drei oben drin. Ja, ich kann die beiden ja auf ein Band führen. Äh. Äh. Stimmt ja. Die beiden Dinger kann ich ja über ein Band führen. Alter. Ja, wie viele Eisenerzquellen wir schon, äh, aufgeschlossen haben, ne? Du siehst nur noch, wenn du Eisenerz drückst. Haken, 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 Haken. Abgehakt. Ja. So, dann mach ich mir, ich hab zwar nicht mehr so viele Stahlteile, laufen die beiden, so, eins, zwei, jetzt laufen die beiden, eins, zwei, jetzt laufen die beiden. Ja, und ich hab keine Kabel mehr. Hahaha. Na. Klasse. Kabel unten, hinten. Ne, ich bin noch einer Fabrik zu kurz. Ich kann hier auf jeden Fall noch eine Sache übertacken, die ganz gut wäre. Dann mach ich das gleich. Die hat gesammelt, kann ich hier auch übertacken? Ah, wobei, der läuft ja auch so ganz gut. Das heißt, das wird gar nicht nötig sein. Ich hab mich hier tatsächlich verrechnet. Lol. Okay. Du weißt, du kannst einfach, äh, wenn du, zu... Äh, yo. Yo, yo. Sooo. 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 Dann könnt ihr nämlich schon mal laufen. Und jetzt muss ich nur gucken. Ja. Ich muss das... Ich kann das übertacken noch einmal. Und das muss ich auch übertacken. Und dann den vielleicht nochmal übertacken und so. Und dann muss das eigentlich ganz gut funktionieren. Also muss ich wohl doch noch mal übertacken. Erstmal leckt das Spiel. Das gefällt mir. Dadurch fall ich runter. Das gefällt mir auch. Ist gestorben. Das wiederum gefällt mir nicht. Oh, Mann. Haben wir noch irgendwo Energiefragmente? Äh. Wie gesagt, in der Kiste beim Hub. Ah, da war eine gelbe Schnecke noch. Ne, da sind schon zwei, ähm... Da habe ich schon vier, ähm... Da habe ich schon... Ach da, lol. So. Gut. Wie weit bist du jetzt mit den automatischen Verkabelungen und so? Äh, ich bin gerade dabei... Äh, für die... Stallträger, das zu organisieren. Aber da fehlt mir noch die Kohle. Und ich bin gerade... Äh... Kohle, 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 Kohle. Weil ich habe mir schon mal das Eisen schon mal... Auf jeden Fall. Da geht auf keinen Fall. Weil ich hab... Äh. ...zu wenig dran. Da werde ich dann sehen. Hier kann ich auf jeden Fall noch... ...ein, wenn nicht sogar... ...zwei Mal übertakten. Äh, wie viel Kohle verbrauche ich von dem Band? Ich habe mich zwar damit verrechnet... ...los lange hier was reinkommt, das tut's ja offensichtlich, auch wenn's etwas Verzögertes. Dann schafft der... ...auf jeden Fall mehr. Ja. Bis ich hier einen aber auch noch einmal übertakten. Dann schafft der auch mehr. Kommt hier auch mehr auf einmal rein. 30, 60, 90. Weiß, das kommt nicht ganz hin, was ich hier gerade am übertakten bin. Aber... 90. So. Kommen wir das nochmal hoch. Äh... Dann... ...wann schon mal einiges. So. 90. Bleiben noch 130. Ähm... Wie viel hab ich noch hier? 130. Hab ich noch frei. Und in den zwei Schmelzen... Und in den zwei Schmelzen... Die brauchen 40. 130. Eine hab ich noch. Oh, Gott sei Dank. Dann brauch ich nicht so weit. Dann brauch ich nicht... ...noch mehr... ...ziehen. ...ziehen... ...sondern... ...habe beides gleich in der Nähe. Das sieht ganz gut aus, weil das, was er da hochzieht, kommt danach. Und das, was er hier hochzieht... ...zieht... ...ja... ...dann kann ich... ...dann kann ich... ...dann kann ich meine Gießerei aufstellen. Wieso kommt das hier gerade nicht nahe? ... ... ... ... ... ... Genau. Du brauchst 40 Eisenbarren. Das heißt... Die lief noch gar nicht. Kein Wunder, dass hier nichts nachkommt, finde ich nicht. Na gut, das ist aber auch die Seite. Okay, ich muss mir erstmal neue MK3-Teile holen. Aber ist das auf der anderen Seite dann auch so? 30... Kommt hier nichts nach. Hier kommt nichts nach, weil keine Barren hochkommen. Ach, lol. Vorne fehlt ein Fließband, wirklich noch einmal. Ach, Gott. Als bei dem Aufzug ein kleines Stückchen noch MK1-Fließband gewesen. Kein Wunder, dass hier keine Barren ankommen. Und das von dem MK1 auf dem MK3-Fließband geht. Ach, Gott. Oh, jetzt müsste das auch stoppen. Ich dachte gerade, hä, warum laufen die Konstruktoren nicht alle? Kann nämlich nicht, weil die Öfen laufen ja alle. Und das ist ja genau berechnet. Also, das kann ja irgendwo nicht. Konstruktoren müssen ja auf jeden Fall genauso laufen wie die Öfen. Das andere da oben, das kann nicht... Das läuft nicht ganz perfekt leider, aber das läuft zumindest. Das ist schließlich das Wichtigste und hier werde ich mal was umstellen. Äh, Rezept wählen, dass da... Weil das da produzieren wir nämlich anderweitig momentan nicht, deswegen muss ich das leider produzieren lassen. Lalalalala, lalalala. Weil wir hier noch irgendwo was davon haben, wa? Von was? Können wir auch noch versteckten Platten und Schrauben und Sachen und... Genau. Äh, wo bist du gerade? Ich bin gerade an der Kohlefabrik, warum? Gerade weiß ich nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Du wolltest doch dich um die, äh, ersten Teile kümmern. Ja, die laufen gerade. Werden produziert schon. Ja. Baut nur ein bisschen, aber... Ich produziere halt vier pro Minute von den Dingern. Und die sind schon übertaktet. Äh. Deswegen, ich produziere vier und die sind schon übertaktet. Äh, ich versuch jetzt, ähm... Die... Zweiten Sachen. Und viel mehr kann ich nicht bauen. Dafür ist A, unsere Fabrik zu bauen. Äh, wo willst du denn hin? Ich bin... Ich bin hinter dir. So. Weil ich wollte hier nur Material sammeln. Weil... Komm mal kurz mit. Äh... Da, 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 da... Voila. Ich wollte eigentlich... Das Ding hier rausholen. Oh. Ist da Kupfer oder Eisen? Oh. Ja, klar. Drei... Zwei unreine Kupferquellen. Ich kotze gleich. Hm. Ui, shit. Ach, der Baum hat mich nur abgefangen. Das, was hier oben vor allem liegt, direkt bei uns auf dem Berg. Blaue Schnecke. Ja. Das sind auch Blindfische manchmal. Direkt vor unserer Nase liegt die ganze Zeit eine blaue Schnecke und wir sehen sie nicht. Nee, wir brauchen... Wir haben sie nicht gebraucht. Äh, passt unter anderem auch. Äh... So. Er läuft einfach nur weg, der hier. Ich bin gerade dabei... Die, äh... Was sehe ich? Was sollte da produziert werden in den Dingern? Eisen. Eisen. Für die Stahlbauen hier oben. Ja. Brauchst Eisen? Ja, ich brauche Eisen. Habe ich jetzt einen Fusonator da hingesetzt? Ja. Wie soll das dann auch gehen? So. Ah. Eisen. Hier wo ich bin, ist ne Menge Eisen noch. So ne Menge in Anführungsstrichen. Hier ist ein bisschen Eisen halt. Ich bin halt gar nicht so weit weg von deinen blöden Öfen da. Ja. Äh, was glaubst du, was... Äh... Ich... Bin doch gerade... Ja. Ich weiß, auf der anderen Seite ist auch was. Ich muss sagen, auf der Seite da ist auch Eisen. Ja, und... Guck mal, wo das Förderband hingeht. So... Dann brauche ich einen Konstruktor. Bitte... Nein, lass das mal hier bitte bauen. Äh... Ich brauche... Genau, da brauche ich die Eisenträger. Gut. Zwei schmelzen oder drei schmelzen? Ich brauche verstärkt... Oh, was brauche ich für dich? Modulare Rahmen oder verstärkte Eisenplatten? Das ist für die... Modulare Rahmen. Das ist für die... Modulare Rahmen. Äh... Eisenplatten... Und Rohre. Na, klasse, ich muss doch noch eine Schmelze aufbauen. Oh, noch eine Gießerei. Ja, wenn du mit Stahl arbeiten willst, dann ja. Ich muss zweimal mit Stahl arbeiten. Oder mache ich nur einmal und hab dann... Ich hab 120 Einheiten Eisen, das weiß ich. Äh... Wie... Wie viel verbrauche ich denn schon? 60. Das heißt... Das heißt, wir bleiben am Ende nochmal 60. Das heißt, ich kann gerade mal noch zwei Schmelzen benutzen. Ich kann dir auch ein bisschen mehr Eisenerz holen, so ist das nicht. Ja, das wäre nett, weil dann können wir... Weil wir müssen ja hier ordentlich modulare Rahmen schaffen. Ja, zumindest... Ich kann nur gerade keine MK2-Miner bauen. Äh... Oder... Dich erstmal MK1-Miner und dann MK2-Miner. Ja... Haben wir zumindest schon mal Eisenerz. Ja... Ich kriege gerade mal noch zwei Schmelzen beliefert, okay. Jetzt habe ich schon wieder keine Stahlträger mehr. Hast du noch welche? Ja... Ja, habe ich. Alkohol zu fahr. Äh... Pfff... Ja, kannst du gleich haben. Ich muss hier das kurz nur löschen. Ja, mach doch. Weil... Deswegen... Reichen zwei Stacks. Ah... So... Du machst mehr Eisen. Und du machst mehr Eisen. Dann brauche ich ein Konstrukteur. Für die Eisenplatten. Aber ich brauche zwei Konstrukteure. Für... Für... Gut, dass du mir Eisenerz organisierst. Hm... Weil... Mit dem Unrein... Äh... Es ist schwierig zu arbeiten, wenn man kaum Eisenerz hat. Ich werde auch gucken, dass ich hier gleich die MK2-Dinger auf... Äh... Hochziehe. Äh... Aber die habe ich halt gerade das Material nicht im Inventar. Das heißt, da kommt jetzt gerade ein bisschen weniger und das... Und vielleicht ein bisschen mehr... Noch... Wo bist du? Schon ein Band da neben deinem Kohleband liegen. Da kommt gleich Eisenerz. Äh... Neben meinem Kohleband? So neben dem einen Kohleband da, da habe ich extra ein Band gelegt. Da müsste gleich Eisenerz kommen und so rum. Da wusste ich noch nicht mehr. Äh... Ach, da! Äh... Hast... Wie gesagt, da kommt gerade noch ein bisschen weniger, aber... Ja... Es sind halt auch unreine Quälen, aber... Ja... Die beiden hier ziehe ich gleich auch noch mit nach vorne... Sind nämlich noch zwei... Weil hier hinten sind zwei normale Quellen noch... ...ein Eisen... Hier ist noch einiges an Eisen... Ich schaue es gerade an der Ausschuss, wenn es mir gestellt wird... So, ich habe die beiden jetzt auf Mk2 hochgezogen... Ist schon mal gut... Gucke ich mal, dass ich gleich hier noch ein bisschen hochziehen kann... Obwohl ich halt kaum was dabei habe... Wie gesagt, aber... Was machen wir denn da für ein Breed? Doch... Ähm... Ich wollte haben... Wo sind noch Eisenquellen? Hinten... Hoppala... Ach da... Die beiden hier... Die beiden hier, wo ich gerade stehe... Bist du... Ich habe... Ich war gerade an der Ausrüstungswerkstatt... Ach so... Ja, da sind noch zwei Quellen... Aber das sind diesmal auch zwei normale... Und weil dann auch ein bisschen mehr war... Ja, die liefern gleich die 120... Ist auch noch direkt daneben... Etwas weiter links... Äh... Von der Schlucht aus gesehen... Also wenn du zur Schlucht guckst... Links von dem... Linken Eisenherzfeld... Da ist auch noch ein Kupferfeld... Also Kupfer ist direkt auch daneben quasi... Ja, ich muss doch erstmal... Hm... Ich habe nämlich sonst kein Inventarplatz... So... Zweimal Eisen... Hast du ein K2 direkt? Nein... Sonst... Ich renne nicht... Zweimal zur Werkbank... Um dir noch MK1 zu bauen... Wer weiß... Kann ja sein, dass die anderen Ressourcen da nicht haben... Das deswegen... Doch... Aber ich glaube, du hast ja genug von in der Tasche... Ja... Du weißt doch... Ich baue hier alles auf MK2 auf... Und wo soll noch Kupfer sein? Äh... Warte... Hier... Hier ist Kupfer... Ja... So... Bitteschön... Kupfer ist auch dann auf MK2... Jo... Kann man das auch direkt... Wenn wir das brauchen... Ziehen wir direkt gleich rüber... Ja... Aber ich kann wenigstens jetzt mit 120 Einheiten nochmal neu rechnen... Das sind wieder vier Schmelzen... Kleiner Tipp... Benutzt die... Äh... Benutzt doch die... Hochliegenden... So... Schmelzöfen... So... Eins... Zwei... Drei... Ich konnte genau noch vier Stück bauen, aber hab kein Material mehr... Ja... Ja... Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug, um überhaupt mit der Produktion anzustellen... Ich wollte erstmal das hier unten liegende... Und noch nicht das... Äh... Jo... Jo... Mach erstmal... Ja... Ich brauche aber... Äh... Splitter... Äh... Eisen... Hast du Rohre... Oder Stahlstangen... Äh... Das ist jetzt nicht genau was du haben willst... Äh... Stahl... Äh... Stahlstangen... Ich hab's auf jeden Fall dabei... Äh... Äh... Eisenstangen... Danke... Nicht Stahl... Ja... Ich geb dir einfach beides... Da... Ja... Äh... Das ist Eisenstangen... Danke... Ah... Das Band stört mich... Das Band... So... 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 Splitter... Ja... So... Das rein... Das rein... Das rein... Hast du dich gestört... Ja... Weil ich will erstmal das mit den Unrein... Weghauen... Äh... Hauen wir das hier oben nochmal kurz weg... Das ist ja bis dahinten gelegt... Das ist ja nicht das Problem... Okay... Ja... So... 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 Das kommt wieder... So... Äh... So... So... Äh... Okay... Wir haben... Also brauche ich hier... Eisenstangen... So... Dann brauche ich... Noch zwei von denen... Daraus muss ich dann Schrauben machen... So... 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 Was ist denn los? Nichts. So... So... So. Dich. 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 Oh, du warst auch noch nicht am Stromnetz. Okay. Dich. Dich. An Dich. So. Dich. Dich. So. Achso. Was? 250 Schrauben pro Minute? Oh. Welches Rezept? Versteckte Eisenplatten, das Zweite? Das Zweite Ja, jetzt weißt du, warum ich die Probleme mit den Schrauben hatte gerade Wie viele Eisenplatten produziere ich denn? Ich produziere 40 pro Minute an Eisenplatten Und wir brauchen 90 Stärke Eisenplatten sind auch sehr begehrtes Rutschstoff Ne, dann mach ich nur das Normal Ich produziere lieber Ich produziere lieber eine pro Minute anstatt die 5 pro Minute Ja, hier, guck mal Da, 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 da Da sind ein paar versteckte Eisenplatten Brauche ich nicht So So Und jetzt brauche ich nur noch Was ich bräuchte sind Rotoren Das kannst du natürlich gucken und dann kannst du natürlich übertakten, wenn du weißt Du kannst theoretisch mehr produzieren Ja Ja, ich habe genug Ähm Man kann noch die übertakten Ja Ach nee Hier sind ja die Rotoren genau abgezählt Oder sind die Motoren wenigstens schon voll gelaufen sodass ich mir Rotoren klauen kann Vergiss es Was? Ich kann mir keine Rotoren klauen Aus der Stahl Fabrik Ich brauche nämlich Rotoren Ja Hast du in der Hauptbase schon Rotoren eingestellt? Ja, ich habe aber auch welche dabei Komm her Wie viel brauchst denn du? Wie viel ich brauche? Ein Ah, da bist du Wollte sagen, wo stehst denn du? Ich habe gesagt zwar ein aber ein zwei Stacks sind besser Wir haben davon noch ein paar Stacks nämlich deswegen und die werden oben auch schon wieder produziert von daher Ja Ein paar stärkte Eisenplatten werden da oben auch produziert Ja Eine ganze Menge Falls wir die noch mal brauchen sollten so meine ich Guck dir doch mal die Rezepte an Ich weiß Äh, was genau willst du hier jetzt produzieren? Ach die Ach du Scheiße Ich habe einen Schritt vergessen Jetzt weiß ich, warum ich die anderen noch angeschlossen habe Mir fehlen die modularen Rahmen Oh Verstärkte Eisenplatten und Und Eisenstangen Oh Deswegen habe ich die schon hingestellt aus schlauer Hinsicht Hattest du die automatische Verkabelung schon fertig gemacht? Ja Die findest du In der Kohlefabrik Die findest du in der Kohlefabrik Jo Modulare Rahmen Aber wir Wir brauchen aber auch nicht so viele verstärkte Eisenplatten Na Pro Minute sind das drei Und wir Wir produzieren ja fünf Ja Und Na gut Wenn du schon überproduzierst Brauchst du natürlich nicht überpacken Mal gucken Was die Anlage jetzt sagt Wenn ich die Sache jetzt einstelle 2,5 modulare Rahmen pro Minute Ja Und wir stellen pro Minute Zwei her Also 0,5 zu wenig Da könnte man es wenigstens Übertakten mit einem Hast du eine Schnecke dabei? Ja Ja Habe ich tatsächlich Habe ich tatsächlich Dann Übertakte mal Den hier Ja 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 ich bin gerade unterwegs Ich komme gleich zurück Achso So So Wir haben es geschafft Alles drei herzustellen Ach, du hast alle Schnecken genommen, ist in Ordnung Ich bin kurz zur Kohlefabrik, weil ich gucken wollte, wie viel von der automatischen Verkabelung schon fertig ist Einiges Ja, das ist schon fast die Hälfte Hä? Automatische Verkabelung haben wir 100 Brauchen wir schon Brauchen wir nur 100 Ja Von den anderen drei Sachen, von den anderen beiden brauchen wir 500 Stück Das ist richtig Das ist korrekt Gleich wieder da Gleich wieder da Ich finde es doof, dass sie halt auch dieselbe Animation benutzt haben Selbe Animation benutzt haben Ja, egal ob du modulare Rahmen benutzt, ob du die Mehrzweckgerüste benutzt Du hast immer dieselbe Animation Achso Äh, was soll ich übertappen? Ähm Den hier Ja Den hier Ja Die modularen Rahmen Dass wir wenigstens auf die 2,5 kommen Äh Wir verbrauchen dazu Ja, 4,5 zu 18 Oh Äh Und hier werden nur 15 produziert Das kriegen wir Das heißt Das heißt, wir gehen noch ein bisschen runter Nein, 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 nein Lass mal, lass mal, lass mal Wozu steht hier wohl ein zweiter Konstruktor? Achso Sehr gut, dann lass ich das auch Weil Sonst könnten wir natürlich auch auf 125% gehen Das wäre nicht das Problem Wenn wir schon Also weiter geht, glaube ich Sind deine Mehrzweckgerüste schneller fertig Als meine intelligente Beschichtung da oben Wieso? Ich weiß nicht Wie schnell werden die Mehrzweckgerüste produziert? Äh Ähm Äh Ich glaube nicht Äh Allzu schnell Aber ich glaube schneller als die dämliche intelligente Beschichtung Äh Selbst jetzt noch Obwohl ich die hier oben übertaktet habe Ich brauche für zwei Mehrzweckgerüste Fünf Äh Fünf Pro Minute werden hergestellt Bei mir vier pro Minute Und die sind schon zweimal übertaktet Oh 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 Da müssen wir eigentlich noch durch die Welt tingeltangeln Da oben Achso Achso ich brauche noch die KI-Gehäuse Achso ich brauche noch die KI-Gehäuse Die haben mich ja hier herstellen Ein Stack reicht Weil das Gehäuse brauchen wir ja auch später noch für die Ja da brauchen wir Plastik Da brauchen wir Für die KI Da brauchen wir Die KI-Begrenze Jo Da brauchen wir noch die Dinger Die Dinger Die Dinger haben jetzt hier jemand das Teil Nährstoffe haben wir komplett durchgeforscht Da fehlt uns nur noch die geile lilane Schnecke Ja Ähm Wir könnten aber theoretisch bis auf die Radarologie äh Könnten wir die Quarzforschung dann durchforschen auch mal Äh Äh Caterium So Ich habe sie jetzt Intelligenten Splitter Ja Ähm Ja da müssen wir ja die Quarzsachen Äh Die Genau die Oh Gott Und wo Wie machte man nochmal die Quarzteile Aus Quarz Quarz Quarzkabel und ähm Ach die Quarz aus Katon Ja versteckte Eisenplatten Ja Ja Aber da müssten wir mal ein bisschen was von Hand machen Wie viel Kabel hast du im Inventor? Äh Gerade nicht viel, warum? Würdest du nochmal bitte Kabel holen? Ich hole mal Quarz Guck erstmal ob hier irgendwo noch Kabel Hier ist auch noch Quarzsand und äh Hier der andere Quarz Zersplitterte Ding da Ja der normale Quarz Ja der ist hier leider nicht Schrauben, Stangen, Barren Weil hier sind so viele Eisenbarren noch drin Ja die kannst du mal schrädern Haben wir noch ein paar Rotoren Das ist alles voller Turbodraht Ja Turbodraht kannst du auch mal schrädern Ja Davon haben wir so viel gerade und benutzen wir es gerade nur Also lass uns das einfach für Coupons nehmen Ja ich hab vor allem tausend im Inventar einfach mal Turbodraht kann man äh Wird ja nur Wird ja nur Ein bisschen was weg von Ja Ach Turbodraht sind auch gar nicht so schlechte Poundzähler Wobei wir auch einiges im Fiction Shop natürlich schon freigestellt haben und so Ja Was fehlt denn da doch groß Gut die Flutlichter, die Beleuchtungssteuerung Und die Sachen für die Wasserdinger und die Stromdinger in K3 Und die anderen Dinger da Aber das ist alles nicht so übel teuer Das kostet ein oder zwei Coupons die meisten Sachen Ansonsten hast du halt hauptsächlich äh Fundamente, Wente und so ein Kram Ja ich brauch nur noch Kabel und dann stelle ich mal ein paar Quarz Oszillatoren her damit wir mal Forschen können Deswegen bin ich gerade Auf dem Weg zurück Ich hab jetzt 400 Quarz in der Tasche Ja Ja Wir müssen unbedingt nochmal Alter Noch ein alternatives Rezept Für die Eisen Verstärkten Eisenplatten bekommen Die noch günstiger sind Wäre ganz gut Ja Es ist aber aus dem Kopf leider nicht mehr Wo noch mehr von den Dingern sind Ja Wo ist denn der Schredder? Ah da Wo er vorher stand Den hab ich nicht nochmal versetzt Äh Weil Blätter können weg Genau Das was auch weg kann Was? Was? Die bescheuerten Komm mal kurz Her Also warte Oh mein Quarz jetzt Guck die Kisten mal durch die hier stehen Was wir brauchen und was wir nicht brauchen Musst du mal kurz her? Äh ich mach grad die Quarz Oszillatoren Warte mal kurz Wobei hier ist gar nicht mehr so viel drin Was wir nicht brauchen Sind fast nur Sachen drin die wir brauchen Aber ähm Da sind wir ja doch fast alles schon los geworden Von den Sachen die wir gar nicht mehr brauchen Ach da war Ich dachte da würde nicht mehr liegen Oh da war noch Da war ja noch ein bisschen Kabel und Quarz Ach Ja hier ist Guck mal Ich wusste doch irgendwo hatten wir hier noch ein paar Kabel Ja Aber ich hab schon mal Auch wenn ich Auch wenn ich mich gerade frage Warum da vier Katerium waren drin liegen Und sechs Munition Äh wo war das Quarz war das ne Äh oh da brauche ich hundert von denen Verdammt mir fehlen modulare Rahmen Was willst du denn genau da machen? Äh Ah den Explorer Explorer und Signalsuche Festplatte Modulare Modulare Rahmen müssten doch in der anderen Fabrik da auch immer noch laufen oder? Ja Jumpe ich mal kurz hin Hol die modularen Rahmen Bringst du bitte auch Motoren mit? Ja Hier haben wir jetzt auch hier le 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 Hier le le Hier le le Hier le le Mein Gott Ich kann schon nicht mehr sprechen Ähm So Auch wenn ich mich gerade frage wo die scheiß Motoren sind Äh Motoren findest du in der Äh Stahlgießerei Modulare Rahmen In Party Ja Ja Hier hatten wir ja auch nochmal verstärkte Platten Alter Man vergisst irgendwie gefühlt immer die Hälfte wenn man äh So da packe ich mal was von weg hier Das brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr Oh so so Wieso habe ich zwei Wieso habe ich zwei Ach der Quarzsand kann mal in die Tonne Also ab in den Schredder Echt mal hau den doch mal in die Tonne Mach ich doch Jetzt verbrauche ich dann nur noch verstärkte Eisenplatten Das ist voll geil auf den MK3 Bändern und so kann man sich richtig boosten mit dem Slide und dann den Jump mit dem Exo Ding Fliege ich ja fast schon Ja Wo haben wir verstärkte Eisenplatten Mh Ganz oben in der Fabrik unter anderem Aber auch hier in einer der Kisten Hier glaube ich Äh in der zweiten Ah hier sind noch welche drin Hier sind noch verstärkte Eisenplatten drin Da nehm ich mir mal Ja Ansonsten habe ich für dich jetzt auch hier Das da und 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 das da Explorer ist fertig Die Sachen mal hier in die eine Kiste rein Ja Da, da Da hast du auch deine Motoren drin Einmal Konstruktion wieder bauen Okay, mir geht der Quarz aus Welchen Quarz brauchst du du? Äh Den Kristallquarz? Ja Warte mal, war hier nicht irgendwo noch was davon? Hab schon aus der Kiste schon benutzt Hier ist noch ein bisschen was Wenn das das ist, was du brauchst zumindest Ist ja gerade nicht, was du brauchst, aber hier ist noch davon was Genau die Das ist aber glaube ich der Rest den wir hier haben Ja Weil ich muss nämlich 100 Stück bauen Und ich bin jetzt erst bei 36 Dafür musst du 100 Stück bauen Zum Scannen der Festplatten Du Scannen der Festplatten Ach Lül Ach ja Die 100 Motoren Deswegen Organisierst du mir nochmal bitte Kabel Ich hole mir jetzt schon mal Es sind immer noch Kabel drin In der Kiste hier Ja, aber ich brauche auch verstärkte Eisenplatten Ich muss ja selbst noch laufen Um Quarz zu holen So Alles hier, ich weiß gar nicht was du machst Ja klar, auch den Rohquar Äh, den verarbeitenden Quarz Glaube ich nicht Den haben wir nicht mehr hier Ja Wie gerade gesagt Das Einzige, was wir nicht mehr hier haben Ja Aber ich habe schon alle Verstärkten Eisenplatten schon Aus der Kiste schon genommen Deswegen organisiere ich mir jetzt gerade ja noch den Quarz Damit du auch auf Damit wir auf Wanderschaft gehen können Um auch nach Festplatten zu scannen Oh la Ähm Na Ach stimmt Das ist eine gute Idee Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen Lol Ja Deswegen mache ich ja gerade mir die mühevolle Handarbeit Motoren Die Platten Hast du sonst noch Äh Ach Kabel Ja Ich brauche sehr viel Kabel Und verstärkte Eisenplatten Gerade doof Aber hatten wir hier das Ding nicht mal versucht umzubauen Oder hatten wir das nicht einmal umgebaut Ich habe jetzt meinen fast mal Hälfte meines Inventares nur mit Quarz Mir nicht so Weil 100 von den Ach für Draht oder nur? Ja In der Base haben wir nur Äh Nur Draht Und kein Kabel Kabel hast du in der zweiten Äh In der zweiten Base gemacht Und wie gesagt Wir müssen uns mal Äh Sobald wir die Züge haben Machen wir sowieso ein Ähm Lager Da lassen wir uns alles dann in ein Hauptlager eh transportieren Würde ich mal wohl sagen Weil jetzt alles per Bänder Ja da können wir alles Dann können wir alles auch noch umbauen und so Das ist ja Das Problem dann Papier provisorisch auch erstmal umgebaut Also hier werden erstmal ein paar Kabel produziert Mh Außerdem liegen das schon über 400 Kabel Na das ist gut Und verstärkte Eisenplatten Äh 500 oder so Alles klar Das reicht Ich hab da auch gerade über 2000 Äh Quarz Weil ich will auch den Schocker mal freischalten Und wenn sich halt einer nur die Mühe macht Um diese blöden Quarz Oszillatoren zu bauen Ja mach du das mal Na Ich kann mir hier eine Konstruktion ja bauen Die mir ja hilft Geht's doch schon wieder nicht Äh Alter Bei die 100 Quarz Oszillatoren zu bauen Ist eine ganz schöne Qual Geht's doch ein bisschen Quarz Dann kann ich das auch machen Warte ich mach noch den kurz durch Äh Äh Hä So Äh Ach da hast du Kabel und verstärkte Eisenplatten Die 100 Die 100 Ja die 100 Motoren Ach Muss ich mir Eine neue Bergbank machen Ich kann auch an die hier gehen Hier steht nämlich eine direkt daneben Hä Wo Hier Hier steht auch eine Blindfisch Also ich hab jetzt Ich hab jetzt gerade mal Teile noch für 38 Quarz Oszillatoren Wie viel haben wir? Also Ich bin bei Jetzt bei 60 Auf Äh Das teure sind halt echt irgendwie die Kabel Sechson Auf Acht Und Auf 86 Komm ich Und ich glaub Und ich glaub Mir gehen Ja Mir gehen die Kabel aus Ja mir sind die Kabel ja auch ausgegangen Hier 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 Hinter dir Liegen ein paar Von den Quarzdingern 93 hab ich Lül Was? Ich hab nur Lol Lül Also Lol So Ich hab die 100 Quarz Oszillatoren Wie viel brauchtest du? Nur 5 Quarz Oszillatoren 100 davon Aber das mach ich gleich So Das wichtigste Gut dass du den Kupfer noch nicht weggeschmissen hast Wieso brauchst du jetzt oder Fred? Daraus kann ich mir die letzten Kabel machen Weil ich brauch nur noch 4 Quarz Oszillatoren Um dann Ähm Mit dem Schießpulver Was hier in der Base liegt Und Äh Den Stahlrohren Hier ein paar Stahlbetonträger eigentlich Stahlbetonträger hier irgendwo Wahrscheinlich nicht Äh Hab ich welche im Inventar? 72 Stück Kannst du mir ein paar davon geben? Klar Hier Alle Und jetzt muss ich erst mal Kabel herstellen Ah Genau die 4 Quarz Oszillatoren Die ich brauche So Weil ich den Quarz gerade nicht mehr brauche Weiß ich wohin damit Ich schredde einfach mal Quarz Ich habe alles was ich im Inventar hatte An Quarz geschreddert Das was ich hatte Habe ich da in die Truhe gepackt Ja Obwohl die Quelle Wo die hergestellt werden Ja gar nicht so weit weg sind Ne? Okay So Und jetzt nur noch Jetzt brauche ich Obelisten Ich würde sagen Dass wir einfach mal in die Richtung gehen Wenn wir jetzt nach Dingern scannen Du brauchst aber Hast du dir einen Scanner gebaut? Den habe ich schon die ganze Zeit Ich muss mir nämlich einen neuen bauen So Toll das ist ein Scherz Hier ist direkt eine neben uns Wir haben das bisher nicht bemerkt Wie können wir das nicht bemerkt haben Wenn hier direkt eine neben uns irgendwo ist Wo denn Hau Das ist doch um Ein Stückchen weiter weg So Das stimmt Hier ist tatsächlich eine Ungefähr neben uns So Jetzt habe ich sogar die freigeschaltet So Jetzt bin ich nur gespannt Was die noch braucht Da Impuls Quarz Quarz Oszillatoren Super Also die Schockteile brauchen Quarz Oszillatoren Hey Ich glaube hier ist irgendwo unter uns einer in der Höhle Oh Weil Ich stehe anscheinend genau drauf Aber hier ist nichts Oder irgendwas wird bei mir natürlich mal wieder nicht angezeigt Das kann natürlich auch sein Ich komme gleich mal Ich mache mir gleich meinen neuen Scanner Weil ich habe meinen Wegen der Festplatten Sache Nämlich Äh Vercraftet Äh Was fehlt mir Schrauben Ah Da angezeigt Der wird hier angezeigt So Ja Festplatte Ja Hier muss irgendwo ein Eingang sein Bei mir steht Bei mir steht Qu Äh Quest Quit Auf Re Achso Keine Range Ja Du bist außerhalb von der Reichweite Dass du Keiner in deiner Nähe ist Aber hier ist halt direkt einer Und hier piept das Ding Wie Hulle Die ganze Zeit Oder ich bin wie gesagt einfach nur blind Ich komme Ich Bei mir ist jetzt ein Punkt Ich wollte schon sagen Vielleicht hätte ich Out of Range Ja Jetzt habe ich wieder Ein leichtes Signal Äh Warum muss mich jetzt ein Spucker angreifen Achso Guck mal wo das Ding ist Wir sind einfach nur blind Guck mal wo ich stehe Ich sehe das Ding von hier Wenn ich springe Hä Ich sehe dich nicht mal Ich bin unten Ich stehe auf Ich stehe auf unserer Victory Okay Ich sehe das Ding von hier Einfach nur blind So Was liegt denn hier Hier liegt Draht Hier liegen verstärkte Eisenplatten Hier liegen ein paar Motoren Ja Komischer, böses Viechi Mehr hier Ja, ich schlack euch gut Ich will Strom haben Wie viel Also wenn wir sowieso direkt neben unserer Base sind Dann lege ich jetzt einfach den Strom kurzbus da vorne hin Dann hat sich das mit deinem blöden Ich will Strom haben Wie viel brauche es denn Es ist einfach kurz an unser Hauptnetz angeschlossen Wie viel brauche es denn 40 oder so Ach Hab ich Warte, du bist ja auch hier Ja Ich lass es Ich lass mal scannen Du weißt doch Wir haben beide doch verschiedene Inventare Also von daher Na Ja Sollten wir immer Sollten wir gut zusammenarbeiten So Festplatte scan Aber irgendwann müssten wir mal auch die verdichtete Kohle und so alles Machen Und dafür brauchen wir auch mal eine Festplatte Ja, da müssen wir eine für Opfer und ich weiß Zwei Für zwei verschiedene So, dich nehme ich jetzt einfach auch mal mit Was ich schon mal habe, das habe ich schon mal Ja So Ach hier Weißt du, wo wir jetzt sind Jetzt Oder ich zumindest Äh Weil du bist ja auch Hier in der Nähe Ich bin gerade auf dem Weg zu dir Ja Ich bin jetzt fast da, wo ich ganz am Anfang das Quarz geholt hatte Äh Bist du unten? Ich bin unten, ja Ja Ich bin oben Kommt man aber runter an den Seiten Also zumindest sind da kleine So Habt leichten So Du hast Scanner Das wird auf jeden Fall was anderes Das wird auf jeden Fall was angezeigt Das wäre jetzt Oh, dazu kommt noch ein Spucker Oh, ich bin echt tot Ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Hier wird auf jeden Fall was angezeigt Hier wird auf jeden Fall was angezeigt Jetzt geht's wieder Mein Gott Das ist was, dann gehen wir halt da hoch Lecken wir mal Mars hier Wo ist denn da was? Ganz oben oder auf der Zwischenablage? Guck ich mal kurz Oh Haben wir hier, was mit hier jetzt angezeigt Ich bin hier dahin Wenn ich von hier so rüberspringe Nee Da muss man Von hier Ah Von hier geht's Jo Hier piepelt auf jeden Fall Also wahrscheinlich ganz oben hier Juhu Hier auf jeden Fall auch nicht Das ist ganz oben Hey Ja! Was haben wir denn hier? Wasser? Okay. Es gibt sogar Wasserquellen. Wusstest du das? Das sind Wasserquellen hier. Ja, da war ich nämlich auch gerade am überlegen, ob das da ganz oben ist. Warte mal, wo haben wir denn hier nochmal die... da. So. Ich habe schon eine Plattform. Hier ist gar nichts. Sag jetzt nicht im Ernst. Das sind jede Menge rote Pflanzen. Das ist hier. Also so Heilpflanzen. Geilo. Aber das war es auch. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Ich falle da runter, Alter. Oh Gott, ich falle... Alter, da habe ich mich gehalten hier an dem Turm. Aber was sagst du? Ist da oben nicht schön? Äh... Da... Ähm... Wissen du... Oben auf dem Turm... Äh... Hat nämlich einen Grund. Es gibt nämlich was da drüben wegzusprengen. Jaaa, du willst schnell einbauen. Jaaa, du willst schnell einbauen. Dann mach ich es mir an, dann mach ich es mir jetzt lang. Weißt du, was das Geilste ist? Ich habe gar nichts dabei, um das wegzusprengen. Ich aber! Heheheheh... Ich habe nichts dabei. Heheheheh... Ich aber! Schön für dich. So, dass ich hier wieder runterkomme. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben. Alter, ein Herz. Heheheheh... Du sag ich eigentlich ständig Herz. Heheheheh... Aber man weiß hoffentlich, was gemeint ist. Jaaa... Ah, da ist der Sprenger. Oh, ich habe nur... 50 Einheiten. Ich bin hier einfach runtergefallen, wie so ein Deppelt. 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 Deppeltart. Mein Gott, ey. Wie so ein... Deppeltart. Es ist eine lilane Schnecke. Jawoll. Jawoll. Ich habe unsere erste violette Schnecke. Mh... 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 Achso, ich sollte mal die lilane Schnecke lieber mal ins... Lol, ich kann gar nicht alles wegreißen da oben, weil mein Inventar anscheinend voll ist. Oder ich bin zu blöd zum markieren, das geht natürlich auch. Weil mein Inventar eigentlich nicht voll sein kann, ne, ich hab noch genug Slots frei. Warum piept das denn hier so, Alter? Äh, weil irgendwo da doch was sein muss. Ah. Hier, das piept da. Es ist 100 pro irgendwo ne Höhle hier. So. So. Was wollen wir nehmen? Ähm. Stahl... Äh, warte. Ähm... Stahlträger zu Schrauben. Stahlträger zu Eisenstangen. Oder das nutzlose Rezept mal wieder mit vier, äh, Kupferbarren und einem, äh, Kater... Rirumbaren. Ich hab nicht zugehört. Also, Stahlträger zu Schrauben, zu Stangen oder Draht. Schau einfach mal in den Stream rein. Würde ich machen, wenn ich gerade nicht kämpfen würde. Nicht so süchtig wäre wieder nach dem Spiel. Okay. Äh. Äh. Ja, da hörst du meine Stimme nochmal. Weil ich die Ton natürlich anderthalb im Stream. Hehehe. Ja, äh, so meine Stimme nochmal. Weil ich die Ton natürlich anderthalb im Stream. Also, ich finde an sich, dass, äh, Rezepter mit den Stahl, äh, Dingen und den Schrauben... ...Katoren oder Eisensteuerung... Äh... Alternative Stahlschraube. Achso, dass man... ...einen Stahlträger zu... ...280 pro Minute. Also, ich finde an sich, dass... ...280 pro Minute. Ich würde schon sagen, dass das linke das Beste ist. Also, das hier. Also, das mit den Schrauben. Weil, wenn wir kein Problem mit Stahl haben, wir haben eher ein Problem mit Eisen dann. So. So. Wir sind fertig. Mit den Elektroschnecken. So. So. Und jetzt mit den Scanner suchen. So. 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 Alter, ihr habt mich gerade verjagt. Nee, in der Höhle bin ich ja doch gerade rausgekommen. Ja, deswegen sag ich ja, das wird nicht die Höhle sein. Das hier war die Höhle, wo ich ganz am Anfang die blöden Spinnen plattgemacht habe. Hier, es sollte eigentlich direkt vor mir sein. Ich finde aber auch der Objektscanner, dass der sich manchmal automatisch umstellt. Aha. Finde ich aber auch blöd, ne? Jetzt weiß ich, warum der mich dahin gelotst hat. Wegen der Beere. Ja, das sagt die mir fast. Das ist nämlich immer ein bisschen blöd mit dem Teil. Ich habe mich gewundert, hä? Soll... Ja, und als ich mir das gesagt habe, scheiße, das Ding stand immer noch auf Beere. Ah, das Ding stellt sich auch manchmal automatisch um, ist mir aufgefallen. Deswegen stelle ich schon mittlerweile zwischendurch einfach mal nach. Weil, äh... Geht doch nicht. Oh, hier ist aber tatsächlich eine irgendwo. Ja? 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 Ach, ich glaub Entweder im Ich verschaff mir einfach mal einen besseren Überblick Hast du grad die Leiter hierher gebaut? Ich will mir mal einen etwas besseren Überblick hier Verschaffen Na Oh, nee Scheiße Das hab ich natürlich nicht überlebt Ja, hab ich gemerkt Ich weiß eventuell, wo die Kiste ist Im Gift Im giftigen Nebel Hat das da rechts noch giftiger Nebel gewesen? Wir müssen uns unbedingt mal Fallschirme craften Ja, ich bin da zu doof Ja, ich bin da zu doof Auch ich nicht, sagt der Kerl, der 20.000 Mal stirbt Weil er irgendwo runterfällt Ich bin schon mal gestorben Außer, dass ich runtergefallen bin, ich glaube nicht Ja, da Bisher bin ich nur gestorben, weil ich runtergefallen bin Ich hab Wo du mich vergiftet hast Ich hab den Ich hab die Quelle gefunden Wenn ich schnell mache Wo sind die Blöde? Ich hab die Absturzstelle gefunden Absturz? Oh Gott Ja Ich hab komische andere Sachen verstanden Ich hab grad gesagt Absturz Jetzt komm ich da nicht mehr hoch Und er legt mich doch am Ich will meine Kiste haben Ja, jetzt hittet mich da ein Millimeter An meine scheiß Kiste ranzukommen, oder was? Jetzt gibt mir meine scheiß Kiste Wo bist du denn? Mann So Jetzt hab ich meine scheiß Kiste So Jetzt hab ich meine scheiß Kiste Ich hoffe, wenn ich lustig finde, was hier noch liegt gerade Mir zumindest Ja Die Absturzstelle ist wirklich im giftigen Sumpf Ja Ja Die war ich ja gerade am Absuchen Da bin ich gestorben Ne, ich stehe ja direkt hier davor Boah Na also man Ich hatte hier eben eine gesucht, deswegen bin ich ja überhaupt erst hier hoch geklettert Nein Nein, die Absturzstelle ist mitten im Gift Wenn ich von hier aus halt einen besseren Überblick habe Oh Quatsch Ne, die ist mitten im Gift Da brauchen wir die Maske Dafür brauchen wir die Weißt du wo das ist? Das ist hier oben tatsächlich Auf dem Berg ist die Dings Hier ist die Kapsel, hier oben Okay Quasi neben dir, nur halt oben Hi Ja Hier oben ist nämlich Okay Die kann ich sogar öffnen Ja Ach wenn mir das mal wieder sichtbar wäre, so jetzt mein Gott Vergisse Ja Und jetzt nicht sterben So Oh, ne blaue Schnecke Alle erwischt Aber ein Rammer sollte mich jetzt nicht erwischen Erstmal durchs Gift gehen Ich bin fast tot Machst du denn auch? Was ich mache? Versuchen zu überleben Musche, verrückte Sachen Und hier ist nämlich die blaue Schnecke Die ich holen wollte Mhm Zack Was denn? Das ist so geil, Alter Was denn? Ich bewege mich gar nicht mehr, ich stehe auf dir Was denn? Das ist so geil, Alter Was denn? Ich bewege mich gar nicht mehr, ich stehe auf dir Gestern schon testen Ich spring da mal wieder runter Ich suche hier aber gerade nach der festen, nach der nächsten Festplatte Die haben ja angezeigt Die haben ja angezeigt Out of range Out of range Out of range Die Wo haben wir denn hier? Die kommen sich theoretisch den Abhang entlanghangeln Und da runterfällt, stirbt man aber wahrscheinlich, ne? Wobei, so tief sieht das gar nicht aus Ne, ist es auch nicht Jetzt bin ich ja wieder hier, Lull Jetzt bin ich wieder da, wo ich eben war Ah, jetzt bin ich wieder da, wo ich eben war Warte mal, hier ist eine? Was? Da hat er sich wieder umgestellt, der komische Wo, 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 wo Alphatierchen würde ich nicht so ganz gerne Ah Natürlich Ist die schnurren? Nein Nur der Alpha rampt mich gerade Alter, hier ist ein riesen Ja, ich bin gleich tot Ja, ich bin gleich tot Weil mich der Alpha angreift Ich geh einfach mal in die Höhle Die Höhle sieht interessant aus Was machst du gerade so? Ich hab mich gerade vom Alpha gerettet Hier waren gerade so ein paar Spindchen Alter, was ist das denn für eine Höhle? The fuck? Ich hab noch eine blaue Schnecke gefunden Oh Gott! Ah! Fuck! Was denn? Jetzt weiß ich, wo ich bin Ich hab gar nicht erkannt, was für ein Erd das ist Was denn? Alter Uran? Ich geh ganz in Ruhe zu dem Erd hin Und auf einmal Strahlung Scheiße Ach Uran, alles klar Ah, Spinnen Uran-Spinnen, super Wo ihr Viechers? Hast du Erz? Hast du Erz oder, äh Hast du Brocken oder ne, äh Quelle? Ist ne Quelle Uran What? Ja Da musst du mich gleich mal hinführen Da bauen wir dann Ähm Ich bin ja halt in der Höhle Wo ich damals das Quarz gefunden hab Kannst, äh, mal zu mir kommen hier Ich steh jetzt wieder unten vorm Eingang Dann gehen wir gleich mal zusammen rein Ich muss aber noch, äh, Minat... Äh, lass mich doch erstmal noch die Sachen für die Minatoren noch Und die beiden, ähm Ja, ich komm auch erstmal zurück Dann gehen wir gleich nochmal zusammen los Ja, du hast ja die Festplatte Ja, und vor allem will ich mein Inventar dann auch mal lernen Ja Wenn wir dann die Höhle da erkunden Weißt du, was hier auch vor allem auch noch ist? Falls wir es brauchen sollten, hier ist richtig viel Kupfer auf einer Stelle Oh, mir fehlen die Schwä... Hast du noch? Die, ähm, Stahlbetonträger? Äh, ja Wie viele? Äh, 40 Ah, das ist geil Also die, die, alle die ich dir gegeben hast, also hast du gar keine benutzt Hat es mir 72 gegeben Noch 47 Okay 47 Hab ich schon benutzt Ja Für eine Ressource, die ich eigentlich noch gar nicht brauche Welche denn? Hab ein paar schwere, modulare Rahmen hergestellt Womit man... Also ich könnte theoretisch mit dem, was ich im Inventar habe, einen Explorer craften Was es aber auch herzlich wenig bringt Die schweren Rahmen sind ganz schön teuer Ja Ja Voll dran freigeschwärmt Genau, ich analysier mal die Festplatte Ja Äh, was wolltest du haben? Ach ja, die... Ja, da... Ja, ich brauch den, ich brauch den nur 10 Stück Wie gesagt, ich räume jetzt auch mal mein Inventar hier, also großteils leer Äh, die Schnecke packe ich mal raus, dann packe ich alles raus, dann packe ich alles raus, dann packe ich alles raus Das da und das da und das da und das da Wertvollen Kram halt Ja So Ach, gleich nicht Hab ich das da, 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 wobei davon nehm ich was mit Von dem ich natürlich auch was mit Äh, das da, 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 Sprengtram hast du ja mit Genau Nehm ich nochmal Oh, du hast Quarz-Oszillatoren, da möchte ich mal was machen mit Die müssen wir eh später herstellen, ich möchte mal, äh, mit den Dingern Ja, die hatte ich, die hatte ich noch wegen dem, äh, Explorer auch, weil der brauchte 5 und, äh, 5 schwere Rahmen, halt Ja Aber der bringt uns halt, wie gesagt, herzlich wenig Nein, ich will mal, ich will mal was wissen, was das Ding hier nämlich macht Äh Was ist das Ding? Das Impul... Die Impulsgranate Achso Ja Okay Warte mal, das Ding, womit man auch Gift zerstören konnte? Habe ich gerade ausprobiert Gut ging's Äh, ich glaub ich hab nicht getroffen Ich glaub, dass man mit irgendwas Gift zerstören konnte Nein Mit der funktioniert das nicht Ich überhandle dran Oder hab ich mich komplett geirrt und das geht gar nicht Kann natürlich auch immer noch sein Vielleicht kommt die noch hier unten Ich guck mal kurz was nach, äh Der Knoten ist erst verfügbar Wenn wir D haben Weil bei Quarz Nach dem Oszillatoren Vielleicht steht das in der Beschreibung Äh 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 Ausrüstung Hm Oder steht das unter Teile Äh, genau, der Impuls Statt einer normalen Explosion Erzeugt dieser Eine kraftvolle Schockwelle Jetzt möchte ich eigentlich nur noch mal testen ob Dann Dann Noblus Noblus Detonates And pulls smaller explosion particles And clearing large areas Or vegetation To generate the massive storm burning To loose Clear leave blast zone before detonation also es gibt insgesamt fünf ja von ja und wir haben erst drei drei kommt noch eine splitter und eine nukleare ja klar mit uran da werden wir uns sicherlich mehr drüber freuen so dürfte ich eigentlich mal testen ob das ding dich tötet hat es dir schaden gemacht viel schmeiß mich mal mit ein paar voll ich habe nur noch eine nee die macht ja was alles dass du noch eine machen doch ich kann noch welche machen warum machen wir noch mal welche immer kurz welche ich will mal was ausprobieren wo ich denn mein ding jetzt hingepackt mein ding also meinen hier auslöser da in die große kiste hier ja stehen da wenn wir mal kurz was ausprobieren da sieht das wirklich aus ich drehe mich doch nur es macht halt nicht viel schaden aber du wirst ein bisschen durch die gegend geschleudert ich denke mal dass du dich mit so einer granate wenn du da springst dich recht nach vorne ja wir sind hier schon zwei packen wir meinen zünder mal wieder mein zünder mein zündel mal wieder weg und dann gucken wir uns mal die höhle da hinten an ja in welche richtung ach da ich habe ja ein paar sprengoberlisten also von daher ja klar wenn wir jetzt schon uran finden da ist der flummi ich bin bei den meisten spielen immer schnell wie möglich unterwegs ja ich bin noch da ja und du hast ja noch jetpack das merkt man wobei ich gar kein fuel habe für das jetpack siehst die höhle sogar von hier wenn du deine reichweite gut eingestellt hast eingang sieht man ziemlich gut da vorne und da oben war mal ja da oben war die quarzquelle ja und wo ist die uran quelle in der höhle das sah das so aus wie nur eine quelle und das hat halt auch ein bisschen verstrahlt als ich mich dieser erzquelle genähert habe ja entweder ist das eine quelle oder ein brocken ja guck oh da ist eine stecke die höhle hier ist halt auch extrem groß die höhle hier ist halt echt groß ja und wo meintest du das oh da ist was zum wegsprengen ne doch nicht jetzt sind wir hier in der höhle vorne direkt hier rechts hier strahlungslevel aah ok weiter bin ich in die höhle halt noch nicht reingegangen aber hier geht es noch tiefer rein ja gerade hier einmal im kreis rum so da oben ist die lila ne schnecke ja ich fall ich hab grad auf der quelle grad ein miner gebaut ah ich weiß wie ich da hinkomme von hier vorne wahrscheinlich binne wo so sila ne schnecke hab ich ja die spinnen alter ja nicht mehr so viel zum heilen alter ich hab auch nichts mehr hier geht's noch tiefer in die höhle rein alter ja dann lass uns wir sind doch zu zweit ist richtig du hast bei mir grad richtig rumgeleckt mein spiel wäre doch gerade fast wie abgeschmiert was ist das denn hier für ne höhle also ne mycelium paradies auf jeden fall oben hängt ne gelbe schnecke an der decke oh riesen spinne oh yo ich hab keine muni mehr scheiße ich hab noch welche so so äh hier hast du muni wie gesagt da oben ist halt ne gelbe schnecke an der decke ja ja ruhig mal kurz hoch hm 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 ja Das ist echt eine Riesenhöhle hier. Ja. Mir leckt es auch ein bisschen in der Höhle hier. Meine Grafikkarte schafft das gerade noch so. Von hinten. Aua. Hier hat sie sich... Unten ist eine. Ach, die da. Glitscht aber. Ja. So, jetzt schieße ich die fünften Wahl ab, ey, und es passiert nichts. Ich schlag... Ich musste ihn draufschlagen. Hab aber noch meine blaue Schnecke, ne? Ich hab auch noch eine blaue Schnecke draufschlagen. Ja. Alter. Rippe. Jetzt reicht es, ist wieder eine Schnecke. So, eins kriegt man hier auf jeden Fall. Schnecken. Wir haben eine lilanen, eine gelbe und eine blaue gefunden. Hier ist der Ausgang. Spucker. Voll in den Arsch geschossen. Ja. Ich weiß, wo wir sind. Und... ... Oh, komm. Ich glaube, hier kann man Box Süd herholen. Das ist einmal Cacterium. Das ist wieder Wasser. Jene Menge Wasser. Ja. Das wird später wichtig sein. Ah, hier ist Box Süd. So, Aluminium eigentlich. Ne, aus Box Süd wird Aluminium. Ja, natürlich, aber wenn du danach gehst... Nein, Box Süd ist der Grundrohstoff. Der muss mit... Ja, aber... Ja, aber die anderen Erzen auch so. Dass sie einen Grundrohstoff haben, aus dem Erze eigentlich gemacht werden und nicht... Ja, nee. Das ist schon richtig, dass das Box Süd heißt. Wo ist Box Süd? Gut, aber Kupfererz wird auch... Bist du da unten? Ich bin hier. Wo heißt... Hier wo ich bin. Ich bin hier wo ich bin. Hier ist so ein kleines Wasserloch. Du bist da oben, oder? Well. Hui. Ich glaube, da kam gerade ein Gegner runter. Ja, zu mir. Bist du da unten? Bist du da unten? Waaah! Idioten, ja. Tot. Idioten. Tot. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Bin ich tot? Das Box Süd. Ah. Ja, wollen wir das dann... ...unrein? Das ist... Das ist aber egal. Hauptsache Box Süd. Ja. Ja. Ist auch noch Box Süd. Sogar eine bessere Quelle. Uäh! Ja, äh... Ich brauche mal kurz Hilfe. Ich bin fast tot. Ja. Ich habe Viecher hinter mir. Ich komme. Ja, wieso brauche ich so lange auf diese scheiße Waffe auszuwählen? Der ist schon... Ich habe nur noch acht Bären. Schaut! Ich bin in den Arsch geschossen. Noch mal in den Arsch geschossen. Gott! Oh Gott! Ich bin hier rum wie so ein Kangaroo-Schieß drauf. Ja, wo war jetzt das Bessere? So, das war hier vorne, ne? So, das war hier vorne, ne? Hallo, das ist Patrolfigur. Ich habe mich ill und brauche deine Hilfe, um eine Kür zu finden. Doktor sagen, dass die einzige Remedie sind alienen Artefacts. Weil... Weil... Ah, hier. Oh, normal. Weil dann sollten wir nämlich schon mal die Quellen schon mal uns erschließen, verstehst du? Äh, das ist die falsche Bank. Oh Gott! Viecher, Viecher! Wo? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Kommt einer? Kommt die anderen? fitfer! Wie viele das sind? Hilfe! Das sind 6! Ich kann! Ich springe hier rum wie so ein Kegelbohr und schieße da oben! Das hast du mich gehabt! Ich war in den Arsch geschossen! Mein Gott, ey! Ich wollte nur gucken, was da ist! Mein Gott, ey! Kommt 6 Fieger an! Stimmt lustig aus, die 6 Fieger da! Warum waren die hier? Haben die irgendwas bewacht hier? Waren genau hier! Oh! Guck mal, was die bewacht haben! Oh! Hab ich natürlich die Motoren alle rausgeplackt! Oh Gott! Ein Motor! Hast du noch einen dabei? Nein! Kann ich aber schnell einen craften! Liegen Batterien und modulare Rahmen und Kabel und modulare Rahmen und Schrauben! Ich brauche zwei Darfer! Ich brauche zwei Darfer! Ich habe... Wie viele Motoren? Einen, ne? Ich bin da, glaube ich nur, ja! Ja! Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie will ich da hoch, da wo die Pilze da sind! Äh, wir sollten mal zurück! Äh, wir sollten mal zurück! Weil wir haben verdammt, äh, viele wertvolle Ressourcen! Und wir müssen noch das Uran und noch das Boxid mitnehmen! Guck nur kurz! Guck nur kurz! Gleich wieder da! Der und starb wahrscheinlich! Was haben wir hier? Schnupper, Schnupper! Alter, wie geil sieht das See denn aus! Ja, klar! Schnupper, Schnupper kommt mir von Fairytale bekannt vor! Äh... Irgendwas in der Nähe an Erzen wichtigen oder so? Äh, sieht nicht so aus! Nein! Gut, das ist jetzt ein Erz, was wir natürlich nicht mehr brauchen! Was denn? Das, äh, ein Schwefel! Äh... Halt nur den ersten See! Mit einem kleinen Wasserfall! Mal kurz, was da vorne ist! Das ist ne Höhle! Das ist ne Höhle! Das ist nicht lassen, ich guck nochmal kurz in die Höhle rein! Ich komm aber gleich sofort wieder raus hier! Ich hab auch Angst hier in der Höhle! Das ist einfach nur ein Durchgang! Pfff! Ich hab nen Bug gefu- äh, ich hab nen Bug gefunden! Äh... Äh... Wenn du den Scanner in der Hand hast! Und ins Wasser gehst, du hast den Scanner in der Hand! Anstatt zu schwimmen! Lül! Das sollte wahrscheinlich nicht so sein! Nein! Und wo war jetzt die Box Südquelle? Oh ne, ne! Jetzt weiß ich, was das hier von Ort ist! Ach, leck mich doch! Ah, Strahlungslevel! Geh mir nicht auf den Geist! Ach... Ich weiß, was das hier ist! Ja... Wenn du da durch die Höhle gehst und dann, äh... ...den Wasserfall entlang und dann durch die andere Höhle da... ...sind da tausende Spucker gerade um mich rum! Äh... Wo du bist! Folg dem Car... Weißt du... Hier musst du ja sein! Ich war bei ner guten Box Südquelle! Ja... Kann man was wegsprengen? Wo? Hier! Ich gerade wieder herkomme! Huiiii! Weißt du zwar nicht, welchen Weg ich hin und zurück gegangen bin? So! Da hinten weiß ich schon! Aber hier bin ich ja schon wieder! Hinten oben kann man irgendwas wegsprengen! Da kommt man da auch... ...relativ schnell! Du Kleiner! Wohin? Wo ist denn das Ding zum Sprengen? Da oben! Warte! Wo oben irgendwo! Irgendwo da oben! Ah, da! Nein! Das hier meinte ich nicht mal, aber hier ist auch was! Ich hab doch da gerade was aufgesprengt! Ja! Bevor mich dieser... äh... ...runter gerammt hat! Ich würde da weg bleiben, ne? Ah, ich bin ja schon hier wieder! So! Komm mal mit! Ja! Das ist diese Pilzhöhle! Und alleine ist halt schwierig, aber jetzt sind wir ja auch wieder zu zweit! Ich hoffe nur, ich find das jetzt auf die Schnelle wieder! Wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal... Tatsächlich... Ja, wir müssen noch mal so langsam zurück! Lass einfach zurückgehen! Immer wieder gehen! Schnell! Ich bin voll auf das Wasser! So! Ich bin voll auf die Schnelle! Ich bin vollen! Ich bin voll mal auf die Schnelle! Ach du heilige Alter werden wir hier sterben Hier kommen wir gar Ah hier ist was zum Sprengen Ich glaube ich bin auch wieder in der Höhle Wo ich eben durchgegangen bin Das ist die Höhle wo ich eben durchgegangen bin So ich habe eine Abkürzung freigesprengt Sogar eine gelbe Schnecke Die habe ich eben gar nicht gesehen Guck mal wenn du hier bist wo ich gerade bin Ich weiß ja nicht wo du bist Hier Du müsstest eigentlich relativ in der Nähe sein Dachte ich jedenfalls Wenn du da was weggesprengt hast Könnte es sein dass du hier bist Ja ich bin etwas in deiner Nähe Unten oder oben Im Wasser Wasser Weiß du bist hier Du kannst einfach auf M gucken Ich bin wieder bei dir Ja Ja Willst du nochmal Ja Wenn wir jetzt schon zu zweit sind Dann können wir hier auch nochmal Rein Rein Ich muss nur noch genau nochmal herausfinden wo Aber das finde ich bestimmt gleich nochmal Bitte bedingt wir haben keine Heilung Ich habe noch ein bisschen aber nicht viel Und das genau Genau hier ist dieser Baum wieder Eisenärze rein Du bist natürlich schon wieder Kilometer weiter weg Wo ich mich nochmal Da einfach nur runtergerutscht So Bist aber hier auch in der Nähe Nein 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 Ah Runter mir Ich bin gerade runtergerutscht Da unten ist aber auch das was ich dir eigentlich zeigen wollte Ja aber hier ist erstmal ein Alphatierchen Ich bin unten Ich bin beim Wasser Ich auch Wo bist du Bist du Da ist auch so ein Ding Ich bin Ich bin bei der Festplatte Ich bin bei der Festplatte Äh 50 Megawatt Gut die können wir gerade nicht essen Äh Viel zu wenig Bio in der Nähe Hey Ich habe Blätter Und ich habe Du hast Blätter Festplatte Hast du die Festplatte? Ja Jetzt sollten wir mal wirklich zurück nach zwei Festplatten Ist das Ich wollte dir das hier nochmal kurz zeigen Komm mal her Giftviecher, Giftviecher Hier ist einmal eine normale Kohle Ja Hier ist eine reine Ja Da sind noch mehr Schon Ja So Hier ist auch wieder Kohle Beim Ach du Scheiß Und noch eine radioaktive Strahlung Ja Ja Bei einer radioaktiven Strahlung Me Hörpald Blödes Fies Jetzt sind wir wieder hier Wo sind wir wieder? Ich bin so. Ich bin so. Scheiße. Wo bist du denn? Bist du schon? Folge dem Weg! In welche Richtung? Ich bin gerade wieder bei dem Bauxit. Ich fang gar irgendwo ins Wasser. Du bist hier direkt beim Bauxit, das ganze Wasser. In der Höhle ausgehend. Ich glaube du bist hier irgendwo, wa? Ist das Bauxit wieder? Ja. Der ganze Kühler da rattert. Zupfer ist es schief. Ja. Das ist schief. So. So. Wozu... Da bist du? Nicht. Gegen den Kreis habe ich das Gefühl. Ja, ich bin jetzt hinter dir. Weißt du wo es lang geht oder nicht? Ungefähr. Wir sind ja in dem Biom, wo wir eben waren. Von daher muss ja hier irgendwo... ...den ganzen... ...Bahn sein. Guck mal, meine Finger werden taub. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, dass hier... ...beste einfach mal in Richtung... ...von dem... ...Abgehen und dem Dings... ...dann äh... ...wär eigentlich auf dem direkten Weg. Ich sitz nur ein bisschen fest. Du sitzt ein bisschen fest. Und du? Ah. Du da. Habe ich... Habe ich beide erwischt? Ich habe keine andere Munition mehr. Und ich habe auch kaum noch Heilung. Wimmelt's auch nur von den Viechern, ne? Ja. Wo zur Hölle bist du? Ah. Da. Hier wieder. Ich wirf... ...zwar, glaube ich, wieder an dem Bau gesiebt vorbei. Wir hatten ja... Aber... ...erst mal... ...sollten wir die Sachen, die wir auch am Inventar haben, zurückbringen. Ja. Hast du noch... ...äh... ...Kabel und... ...kannst das Box-Seed hinter uns herziehen? Weil ich hatte schon ein bisschen Angriff... Ne. Kann ich leider nicht. Sag mal, wo sind denn wir? Loll! Hier sind wir! Lül! Wo sind wir? Mal hier! Mal hier! Wer sich hier schon mal hoch gebaut hat! Hahaha! Haben wir hier die Festplatte schon? Ja, die Festplatte haben wir schon. Sind... Äh... Sind... ...neben dem... ...hier Pilsbiom wieder. Wo unsere Kohlegeneratoren die zweiten gebaut haben. Da sind wir gerade wieder. Da sind wir gerade wieder. Und diese ganzen blauen Mist-Spucker, Alter. Ich will aber auch kurz nochmal heilen mit meinen letzten Möglichkeiten hier, die ich noch habe. Junge, 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 Junge. Wow! Ich wollte gerade den... Der eine ist tot, der andere auch. Und da unten kurz mal fernbleiben. So. Ich weiß ja nicht, wie weit deine Sichtweite vom Spiel eingestellt ist. Standard. Mein ist halt... ...Kletz... ...das einzigste, was ich oben stehen habe. Diese verdammte Sichtweite. Ich wenigstens sehen kann, was die Sache ist. Vorsicht, hier geht's runter. Hier sind Spinnen zwischen dem Gestrüpp. Alter, du bist schneller als ich. Ich bin voll der Speedball, manchmal. Ja. Und ich habe eine Orientierung wie, äh... Wie ein Goldfisch. Nyauuu. Eigentlich ist... Hier... Was? Eigentlich ist hier... Was? Eigentlich ist hier... Wirst du von hier nicht den Weltraumlüft? Was? Kann man doch sehen von hier. Da siehst du den bei deiner Sichtweite nicht. Was? Kann man doch sehen von hier. Oh ne, nicht noch mehr dieser... Gott sagen... Irgendwie habe ich gerade Fliegefiecher geweckt. Gott sagen... Irgendwie habe ich gerade Fliegefiecher geweckt. Ich habe mich davon, wenn ich vorrenne. Alter, mein Menü ist wieder dicht da. Ich kann wieder nichts machen, und du verminierst eine Riesenspinne. Warum ist mein Menü schon wieder nicht da? Ey, leck mich doch am... Was hat mich denn jetzt gekillt? Ach, die Fliegefiecher da, die habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Willst du herkommen und mich wiederbeleben? Ich bin gerade dabei... Nicht bei den... Wo bist du? Ich habe nämlich... Direkt neben so fliegenden Viechern. Ja, ich habe nämlich... Da bist du. Ich liege hier. Hallo. Am Ufer. Anderes Ufer. Genau die andere Seite. Darf ich mich... Wo die fliegenden Viecher sind da. Ich muss mich erst mal mit den Speckpilzen heilen. Sag, du... Weißt du, wo ich bin, glaube ich jetzt. Ich liege halt hier neben den Viechern. Ich habe die Dinger gar nicht gesehen. Und noch mal eine Schnecke. Die sehe ich. Die liegt ja auch neben mir. Ach, da. Okay. Die Riesenschwinde war hier gerade im Wasser. Und ich habe die Fliegeviecher hinter mir gar nicht gesehen. Ja. Ja. Was habe ich gerade gehört? Ja, ein Spoker. Ja. Das ist ein Erz. Wäh. Scheisspin. Ich bin jetzt aber sofort zurück, Alter. Ja. Was glaubst du denn, was wir machen wollen? Ein Sp... Äh, ein Kaffee? Jetzt hab ich wieder mein scheiß Menü nicht. Alter, was soll das gerade? Hä? Ist das nicht... Äh... Unsere Line? Nein. Das ist von dem... Fluggeneratoren... Oh? Blum? Weißt du denn echt nicht, den Weltraumlüfter? Oder... Ich hab Partikel zu hoch. Oder meine Sichtweite ist zu weit runter. So. Dann genau die andere Seite. Ja. Ist das, wo ich meinte, hier können wir Kalkstein holen, wenn wir brauchen. Bisschen in die Richtung. Wir haben's geschafft. Jetzt müsstest du's aber langsam sehen. Ich bin... Ich seh den ja schon. Ich renn ja grad aufm Weg zur Base. Ahhhh... Alter, das war ein Abenteuer. Aber auf jeden Fall. Jetzt würde ich fast sagen, können wir auf jeden Fall aber farse. zwei von dem Weltraumlift abschließen. Wolltest du, machen wir das jetzt? Können wir mal gucken. Auf jeden Fall... Na, die 500, äh... Mehrzweckgerüste sind auf jeden Fall fertig. Hier, die Dinger auch... Das einzige, was vielleicht hakelt, sind die Dinger, die... Aber die sind ja auch fertig. Ist ja alles nicht so schwer davon. Ist halt nur zeitaufwendig. Wir haben jetzt siebenmal... Übertaktungsmöglichkeit in der Kiste. Ähm... Biokohle... Aus... Biomasse können wir Kohle machen. Aus Holz können wir Kohle machen. Was wollen wir nehmen? Aus Holz oder aus... Äh... Ich würde mal sagen, aus... Äh... Holz können wir mehr Kohle machen, als aus... Biomasse. Warte mal. Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Was genau ist das? Die Festplatte. Ich meinte, wegen Holz und Biomasse. Entweder machen wir aus einem Holz 10 Kohle, oder aus 5 Biomasse 6 Kohle. Und pro Minute ist die Kohle hier besser. Ja... Ich glaube, das rentiert sich dann aber, oder? Warte mal... Biomasse können wir halt auch aus anderen Sachen herstellen. Die 6 Kohle, dann mit 10 Kohle. Aber wir kriegen aus 4... Warte mal... Moment mal... Du musst die... Äh... Masse berechnen. Du brauchst 5 mal Biomasse für 6 mal Kohle. Oder du nimmst 1 Holz und kriegst 10 Kohle raus. Ja. Ich würde eher das in der Mitte nehmen. Ja, aber... Äh... Du kriegst auch aus... 4 Holz... 20 Biomasse. Aber von der Zeit her... Gut, das wäre halt mal 4. Mitte ist auf jeden Fall besser. Na? Weil, ähm... Links hätten wir auf dem gleichen Wert 80. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir damit... Wobei, links werden wir höher kommen, aber auf längere Zeit halt. Das ist halt die Frage, was wir machen wollen. Also links würde mehr bringen, aber auf Zeit. Hä? In der Mitte sind wir schneller, aber dafür weniger. Hä? Nee. Äh... 20 Bio... Machen aus... Aus 4 Holz machen wir... Äh... Äh... 20 Biomasse. Doch, hast recht. Ich bin doof. Ja. Aus 4 Holz machen wir 20 Biomasse. So. Und aus 20 Biomasse machen wir gerade mal 24. Und aus 10 Holz machen wir 40 Kohle. Ah, du hast recht. Ich hab, äh... Holz gerechnet, wie gesagt. Also nehmen wir das mittlere mit dem Holz. Genau. Und... Festplatte. Äh... Ich hab, was denn eben gerichtet? Ja, mit... Äh... Ich hab, was denn eben gerichtet? So... Ja, genau so'n Ausflug... Hast du die schon genommen? Ich hab' schon Stahl, äh... Ich hab' schon Stahl, äh... Dinger rausgenommen, ja. Ich hab' schon welche rausgenommen gerade. Haben wir die 5... Aber das sind... Noch nicht genug. Wie viel haben wir denn? 400. 400. Ne, hier kommen auch gerade... Hier kommen auch gerade keine... Gut wie keine Stahlträger mehr rein, ne? Oder war das normal? Hä? Okay. Stahlträger? Wie meinst du das? Bei den Mehrzwecke rüsten. Äh, Stahlträger, Stahlträger. Äh... Der haut 60 pro Minute raus... Und der haut nur 15 pro Minute raus. Ja. Und der braucht... 30 pro Minute bei Stahlträgern. Ja. Deswegen ist es so langsam. Ja. Wir kriegen alle 2 Minuten. Weil... Wir können das nicht... Äh... Wir müssten... Äh... Die Kohle boosten. Damit wir das hier auch wieder boosten können. Äh... Strahlkräger bekommen. Und... Oh, jo. Ja. Aber du hattest ja noch... Aber da fehlt die Kohle. Deswegen... Lass mal das. Alle 2 Minuten... Mein Gott. Dann ist das halt so. Ja. Wir müssen nicht unbedingt auf... Äh... Na? Na? Wäre aber schon schön, wenn wir es heute noch schaffen würden. Ja... Dann hätte ich auch einen Titel im... Für den Stream. Der ja schon... Fast 6 Stunden geht, ne? Sag jetzt nicht, du bist auf dem Weg zur Kohle. Hä? Ich nicht. Gut. Weil da hole ich nämlich die... Würde ich die Sachen nämlich abholen. Die Kabel. Die ersten sind auf jeden Fall fertig. Ja. Die Kabel müssten auf jeden Fall fertig sein. Weil wir auch schon ein paar Mehrzweckgerüste in das Ding... ... entpacken können. Ist ja nicht. Aber... Ich werde mit den Mehrzweckgerüsten... ... die wir so im Moment haben... Auch... Stadig. Wie das hier aussieht, Alter. Ich habe nochmal... ... reinen Kalkstein gefunden. Reinen Kalkstein? Ja, reinen Kalkstein. Aber was sollen wir denn alles mit dem Kalkstein denn anfangen? Wie bräuchten wir... Die Automatische Verkabelungen haben wir sowieso, ne? Also die 100 Automatische Verkabelungen werden wir auf jeden Fall haben. Ja. Ach... Die sind schon wieder respawned, ey. Was du mit dem... äh... ... Kalkstein machen willst? Wir finden so viel Kalkstein. Bin mir nicht sicher, aber brauchen wir nicht später viel mehr Betonstahlträger? Guck mal kurz nach. Hm... Hm... Das sind unsere MK4-Sachen. So... Wir haben gerade 100 Stück... ... zusammengekriegt. Und es liegt dieses Mal an dem... ... am Kabel. Und nicht an den Rotoren. Alle zwei Minuten kriegen wir... äh... ... gerade mal ein... ähm... Rotor zu... äh... eine... ... Kabelbindung zusammen. Man müsste halt da noch ein bisschen an Kabeln... ... arbeiten... ... aber... ... ansonsten... ... kriegen wir... ... geht das dann halt da nur. Ich müsste die halt zweimal übertakten. Oh, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Genau. So... Ich war mir nicht sicher, aber... ... brauchten wir nicht auch für die ganzen Ölsachen... ... Stahlbeton? So... Äh... Ja... ... der Ölex Traktor selbst baut auch... äh... ... braucht auch Stahlbeton... ... um gebaut zu werden. Ja... ... brauchen sonst noch Stahlbeton. Aber da musst du wieder mit Kohle und so weiter arbeiten. Ach, Lül! Äh... ... brauchte man deswegen so viel Stahlbeton? Warte mal... ... ... was braucht man dafür? Für 11 Noch Speckpelzen 15 Und etwas Messer Was ist denn damit? Kostet die denn? Noch Messer hier Und ich kann noch ein bisschen Biomasse herstellen Doch Stahlbeton brauchtest du für relativ viel von dem Ölkram Ja, aber das ist ja nur zum Bauen Das ist korrekt Festplatte ist fertig Wir können Wir haben modulare Rahmen Ein anderes Rezept Da bräuchten wir nur verstärkte Metallplatten und Schrauben Wie heißt denn? Soll ich das nehmen? Hallo Ich hab grad nicht zugehört Schuldige, ich bin gerade noch am Ähm, wir haben wieder Kohle aus Biomasse Äh, ein Draht Oder alternativer Blueprint für Ähm, ähm, modulare Rahmen Dass wir mit Verstärkten Metallplatten und Schrauben arbeiten würden Anstatt mit Stahl Aber wir würden Zwei Stück rauskriegen Wie bei dem normalen Zwei pro Minute Drei pro Minute Hier würden wir fünf Hier würden wir fünf pro Minute bekommen Das würde ich dann nehmen Der Rest ist Müll So Und die nächste Festplatte Ähm, Missilium Äh, nee, das ist Äh, Katherium Da war Missil Äh, okay Und Okay, wir brauchen später auf jeden Fall bekommen Be-be-be-be-Kong Ihr Beton Beton Für jede Menge Ja Aber nur Nur für Na Äh, um die Heavy Modular Frames später zu verbessern Brauchst du für einen Frame 10 Betonstahl und 22 Beton Das ist ganz schön heavy Ist ganz schön heavy Aber ansonsten tatsächlich meistens nur fürs Bauen Naja Ja So Ich suche es uns gerade noch, aber Mh, ja Da fehlt uns nur Plastik Da fehlt uns nur Plastik Da brauchen wir das noch und da brauchen wir Verdichtete Kohle Ja Jep Haben wir ein Alternativ für Verdichtete oder für die normale Kohle bekommen? Mh Ich bin normale Mh 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 Ich stelle einfach meinen Fabrikat, äh, Konstruktor auf und guck mal rein Mh 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 herstellen lassen in sechs minuten du verbrauchst die 60 pro minute wenn ich dich übertakte habe ich das problem dass eventuell unsere stromproduktion zu wenig geht sonst würde ich das noch machen auf stop du brauchst 30 na ja oder wir holen nicht einfach stahlkrieger und stopfen da noch mal stahlkrieger das bringt die verarbeitung wie viel verbrauchst du 40 und die machen 60 pro minute 80 müsste noch ein dazu stellen das übertakten ist ein bisschen knifflig alter verschwinde mal aus unserer aus unserer base den typen jage ich jetzt mal davon ich schlage ins gespräch immer mal wieder aber dann wird der body abkommt komm mal wieder ich glaube ich habe ihn gerade gekillt ich glaube ich habe ihn gerade gekillt ich habe so oft drauf geschlagen bis er nicht mehr konnte hey er ist ein luftsack er ist ein trampolin ich dachte das wusstest du den kann man bouncen auch wenn die leben ja jetzt liegt der tod da und ist nur noch unser trampolin ich dachte wo der ist der ist beim ähm wo der ist der war hier der lag da der lag hier der ist despawned der lag hier zwischen den habe ich einfach so weit so lange geschlagen bis er tot war mhm weil der einfach auch nur genervt hat mhm 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 pack einfach mal händisch ein paar Stahlträger in den in den Fabrikator wir das heute noch erleben mhm mhm ja dann übertackte ihn doch noch mit den dreien pam mhm 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 Ja, guck dir erst mal selbst an und entscheide mal selbst, du kotzt. Ist der schon wieder hier gespawnt? Ich würde einfach sagen, dass wir dann das Rechte trotzdem nehmen, weil da können wir trotzdem Kohle produzieren und Biomasse können wir ja auch aus anderen Sachen als auch aus Holz gewinnen. Von daher, äh, wir können ja Biomasse zum Beispiel auch aus, äh, Alienüberresten gewinnen. So. Deswegen finde ich, ist das ein bisschen das ein Vorteil. Äh, das wollte ich einmal. Und, dat. So. Hast du noch eine Festplatte? Dann kannst du jetzt starten. Äh, wenn, dann habe ich die irgendwo reingepackt. Ich selbst habe gerade keinen Nehmendenhaus, aber ich bin Ländler, was auch gut sein kann bei mir. Aber, ähm, wenn ich hier keiner reingepackt habe, dann... Siehst du nicht so aus? Nee. Ich bin nicht gehabt. Das war immer leer. Ja, also hattest du keine mehr. Hatten wir dann wirklich nur zwei Stück gefunden? Ich glaube, ja. Oh, ich habe Kupfer im Inventar. Oh, ab zum Schredder damit. Nimm das, guck. Ich will jetzt... Ich will jetzt... Ich will jetzt gleich dieses Ding fertig kriegen. Äh, Phase 2. Ja, hast du übertaktet? Dass der schneller produziert, wenn du schon Hände schreien legst. Ja, habe ich schon. Oder auch nicht mehr lang. So bleibt alles zusammen mit seinem. Deswegen sage ich ja. Hä, hä, hä. Weil dann haben wir zumindest die nächsten Tears schon. Fünf und sechs. Ja. Und, ähm... Da kann ich nochmal kurz nachgucken, weil ich ja so ein Pro bin hier. Im Kugeln. Ha, ha, ha. Lass mal. Überraschung. Ja, okay. Das mit dem Öl habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, die modularen Rahmen haben sich aber gut aufgestocht. Ich habe auch schon wieder welche im Inventar ganz schön viel. Ja. Mich interessiert es dir jetzt gerade auch selber, was wir da freischalten würden. Na, werden wir doch gleich sehen. Wir haben jetzt schon 20 Stück. Wie viel hast du denn... Wie viel hast du denn im Inventar? Ja. 20? Fehlt uns noch ein Stück ungefähr. fehlen noch 50 und wir kriegen 12,5 pro minute also fünf minuten weil es in zwei pro 12,5 minuten also zweieinhalb minuten müssten wir es eigentlich zusammen haben aber du musst ja dafür auch da den stahlträger nachlegen das ist richtig du weißt ja nicht so als wenn ich über 1000 stahlträger im inventar hätte die wird es halt schon nachlegen ich war jetzt hier drin 30 noch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also die modularen Rahmen, das einzige was wirklich nachhängt ist wirklich die Stahlsache Wir haben schon 14 drin Aber was wir sofort machen, ist MK3 Sachen Da müssen wir dann halt nur gucken, was es uns kostet Äh, die Bänder haben Stahlbeton gekostet, ja Die meiner MK3 meine ich auch Die haben schon MK3 Ach nein, die haben schwere modulare Rahmen gekostet Oh, das kann sein Gut, dass wir davon schon 5 Stück in der Kiste haben Gebäude Ähm Äh Äh Ne, die werden erst aufgeführt, wenn wir sie, äh, erforscht haben So, jetzt Nächste was wir brauchen, um das nächste Fall zu schalten, ist nur, äh, ganz schön krank dann 2.500 modulare, ja, die produzieren wir Müllaufbereitung, industrielle Fertigung Flüssigkeitstransport, alternativ Ganze GASP, der Maskenkram Ah, da Jetpack Nein Die Oh, das wäre was Gutes, aber das würden wir erst später machen MK4 Züge und die zweiten Pipelines gehören alle dazu Stufe 5 und Stufe 6 Ähm Und auch dieses Petrolkoks, Alter Das würde ich gleich mal sagen, das können wir machen Vor allem auch wegen der Ölpumpe und der Raffinerie Dem Kunststoff und dem Gummi Dem Treibstoff Ja So Ich habe keine Motoren und ich habe noch kein, äh, ich habe keinen Stallbeton Das muss ich noch holen Das wäre es, äh, du läufst umsonst, wieso, ich habe noch die Stahlbeton, äh, Stahlbeton Nee, den habe ich leider nicht Ich glaube, den haben wir auch nie hier in der Truhe gehabt Nee Wir haben hier nur modulare Rahmen und Kabel und das Handel Ja Aber wir haben nicht viel Quarz hier und wir haben nicht viel Beton hier Wobei Quarz haben wir ein bisschen was Ja, aber da müssen wir sowieso nur noch Da machen wir doch eh nur die, äh, Quarzstabilisatoren draus Stahlträger habe ich immer noch über tausende Minuten Ja, die brauchen wir auch für MK3 Weil ich, weil ich, na Könntest du mal schon mal, ach ja, das kostet schwere modulare Rahmen, äh, die müssen wir ja dann bauen Ich bin auch gerade bei dir hier bei der Kohle und so Ich hab'n Stalker So Wow Wie weit bin ich denn gejumpt? Guck mal, wo ich gelandet bin Wo denn? Ja Ich bin Vom Anfang vom Fließband Da hinten Gesprungen Da hinten Wo der Abgang runter geht Da bin ich gesprungen auf dem Fließband Und ich bin hier gelandet mit dem Sprung Ach Was ist denn? Äh, was ist denn? Nee, in der Kiste ist Da haben wir noch jede Menge Ich hab schon Stahl Ich hab' mein Inventar schon mit Stahlbeton geflutet Haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Wort Ja Ein bisschen Wort Könntest Du hast doch noch die, äh, Betonträger Könntest du mal aus der kleinen Kiste ne große machen? Stahlträger Aus dem Beton Stahlträger Einfach ne große Kiste draufsetzen Äh, genau Auf den Stahlträger, äh, äh, Kiste Genau Jetzt einfach überall ein drauf, hier Auf einer kleinen Kiste Wo der Stahlbeton Beton runter kommt Also so blind müsstest Ja Irgendwo hier war das Ich weiß Ich bin grad zu doof Oh, Mann Fabriken kann er bauen Aber dafür ist er zu doof Ja Was ist da passiert? Das war echt so, Alain, dann hab ich gerade draufsetzen Der ist auf einmal schief Und jetzt weiß ich, warum der Stahlbeton so gekloppt war Er ließ sich nur bis 100 stappen Äh Oh, Mann Belohnung, ne Für den Update 6 Das erste, ne Für die MK4 Sachen, ne Äh, scannbares, äh, Katerium Die Züge werden so So richtig gut Richtig wild Ja, aber wir haben leider keine Möglichkeit Schon auf MK4 Äh Ähm Auf MK4 zu gehen Na, mit den, äh, Minern Mit den Minern nicht Wir haben halt nur Fließbänder und so Wo wir auf Ja Aber wir müssen sowieso mit Öl erstmal anfangen Weil die brauchen jetzt alle Plastik Alle Sachen brauchen Plastik Oder Computer Und Computer Und Computer händisch herzustellen Ein paar Computer haben wir ja sogar mal eingesammelt Aber Ja Ja Ne, die Computer müssen wir ja erstmal entwickeln Aber wir haben schon mal irgendwo welche gefunden Ja Aber das waren halt nur ein paar Das heißt, der Meilenstein muss freigeschaltet werden Oh, äh Brauchen wir für die Ölraffinerien und so Äh Ich guck mal nach Äh Da brauche ich nur, äh Kupferplatten Stahlbeton Metallrohre Und Motoren Ich brauche Kupferplatten Und, äh Motoren Dann können wir Und da Taucht jetzt das Öl auf Das ist die Frage Gehen wir von hier aus da nach dem Öl oder da nach dem Öl? Was soll denn du wissen? Du bist hier Meister der Flüssigkeiten Das Abbauens generell Und jetzt finden wir nur noch Kupferplatten Ah, ich werde vielleicht jetzt erstmal ein paar Sachen ablegen So 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 Das ist Kabel Äh Nimmst du bitte noch mit Ähm Kabel mit Äh Metallstangen Und Noch ein bisschen mehr Kupfer mitnehmen Ich hab nur 400 ins Inventar gekriegt Ich bin gerade noch ein bisschen am aussortieren Aber ja Äh In welche Richtung wollen wir denn? Das war meine Frage eben an dich Ja Ja Wollen wir Richtung Strand Aber das würde ich eher nachher machen Wir haben es nämlich schon Ähm Halb vier Ich hab nachher um 10 ein Termin Ähm Falls ihr mal live dabei sein wollt Link in der Videobeschreibung Hast du noch was zu sagen? Äh 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 Gut Fällt Fällt nichts ein Und wenn ihr nichts verpassen wollt Ruhig auch kostenlos abonnieren Und ich sage dann Tschüss Bis zum nächsten Mal